Meine größte Angst ist, dass ich exposed werde. Kann man, auch wenn man Geld für etwas kriegt, authentisch und ehrlich über etwas berichten? Ja oder nein? Und ich glaube ja. Das heißt, ganz vieles, was auch online okay wäre, würde sich niemand trauen, dir im echten Leben persönlich zu sagen. Ja, wir wollten uns nur entschuldigen und es richtig stellen und danke für eure Meinung. So, nee, fuck you, nicht danke für deine Meinung. Ja, einen Gesunden verdient man nichts. Dann bleib doch gesund. Aber die Leute, die mir das erzählen, die sehe ich danach mit einer Zigarette auf der Straße. Ja, und das kotzt mich an. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier kommen nur Leute hin, die ihre echte Meinung sagen. Leute mit Ecken und Kanten, die nicht hinterm Berg halten und für das einstehen, was sie sagen und was sie glauben, was richtig ist. Viel Spaß. Hallo lieber Felix. Hallo lieber Benni. Du warst letzte Woche mal wieder bei RTL, oder? Wann warst du bei RTL? Letzte Woche Donnerstag. Davor war ich bei Sat.1. Ich bin voll der wichtige Typ. Du bist voll der wichtige Typ. Ist das so? Ich habe gehört, du bist mit mir verwandt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich bin adoptiert. Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen waren diese Scherze immer lustig, als ich irgendwie sechs war. Großer Bruder. War das lustig oder war das nicht lustig? In dem Moment glaube ich nicht. Also für wen ist die Frage? Ja, definitiv. Eigentlich dachte ich, du fragst mich nochmal im Stethoskop. Dann könnte ich sofort, aber das hast du nicht gemacht. Komm, dann reden wir über RTL. Über RTL. Hat Spaß gemacht. Nee, du warst bei RTL und was mir aufgefallen ist, ist, dass du, dass für mich mittlerweile völlig normal ist, dass du irgendwie bei RTL sitzt oder bei Sat.1 sitzt und ich denke, ach ja, Fiete ist mal wieder irgendwie im Fernsehen. Und das finde ich wiederum krass, weil das war ja nicht immer so. Ja, dankeschön. Hat mich aber auch irgendwie wieder überrascht tatsächlich. Manchmal muss man sich so ein bisschen wach rütteln und denken, krass, was passiert da eigentlich? Weil mein Leben eigentlich immer gleich war. Also ich trainiere gerne, gucke gerne Fernsehen. Tümmt ja, bist du dann im Fernsehen oder halt nicht. Aber vom Prinzip her ist es ja, ist es ähnlich. Und also ich finde es krass, dass sich das Fernseh-Image also so geändert hat. Das ist halt jetzt nicht mehr so krass wie vor 20 Jahren. Also Wochenschau kennst du noch, oder? Komm ich jetzt ins Fernsehen? Komm ich jetzt ins Fernsehen, ja. Da war das, glaube ich, das Krasseste überhaupt im Fernsehen zu sein. Und mittlerweile, also ich war, davor die Woche war ich bei Sat.1 und die haben mich gefragt, möchtest du nicht nach Berlin kommen, zu uns ins Fernsehen zu sein? Ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock, weil dann fährst du dahin, Zug kommt ja nie pünktlich und so weiter. Und dann durfte ich aber streamen und das fand ich cool, also von zu Hause aus. Aber Fernsehen ist leider ja nicht mehr so relevant und leider sind auch die Fernsehsender ja mit dafür verantwortlich, weil die sich ja häufig nicht weiterentwickeln wollen. Ich hatte ja auch mal so eine Kolumne im SWR. Es war klar, dass sie nicht funktioniert. Aber warte mal, für die, die dich nicht kennen, sozusagen, du bist Influencer und Arzt, sage ich immer. Also studierter Arzt und erfolgreicher Influencer. Wie das so gekommen ist, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Nee, lass mal über andere Sachen reden. Über was willst du denn reden? Ich würde gerne über dein Stethoskop reden. Ja, nein, ich dachte jetzt über Krieg oder so, aber nee, das machen wir nicht. Oder können wir vielleicht auch noch irgendwann machen. Sorry, es ist dein Podcast. Du darfst bestimmen, worüber wir reden. Nee, bestimmen darf ich. Ich bin zwar dein großer Bruder, aber ich durfte noch nie bestimmen. Ja, das sehe ich anders. Wie siehst du das denn? Ich weiß es nicht. Ich will hier nicht führen. Ich muss immer führen. Ich dachte, du... Du musst immer führen? Ja, wenn ich einen Podcast mache oder ich mache ja meistens Content, den ich mache, da bin ich ja Testimonial, Drehbuchautor, Regisseur. Du sagst Influencer und eigentlich kriegt dir das Kotzen, wenn er das Wort Influencer hört, weil er wird ja sehr, sehr schlecht dargestellt in den Medien. Ich höre lieber Content Creator, obwohl eigentlich ist Influencer genau das, was ich hier machen möchte. Ich möchte die Leute ja beeinflussen, gesünder zu sein. Also Influencer ist genau das richtige Wort. Nur wenn andere jetzt Taschen verkaufen und die damit beeinflussen, finde ich auch okay. Aber ich will das halt mit der Gesundheit machen. Nur die Leute kriegen da halt immer so einen Kotzreiz, wenn die das machen. Aber man muss ganz klar sagen, egal, was es für ein Influencer ist, die sind ja meistens Unternehmer, die produzieren die Sachen selber, die sind Testimonial, die sind selber der wissenschaftliche Faktencheck und so weiter. Also eigentlich sind die eine komplette Produktionsfirma, gute Influencer. Und das wird aber nicht so gesehen. Wenn du überlegen würdest, was du alles brauchst, um so ein Setting hier zu machen und das noch professionell, also ich kenne es ja vom Fernsehen, was man alles braucht und wie teuer das ist, um ein gleichwertiges, wir sind ja bei ungeskriptet, um ein viel, viel schlechteres Produkt zu machen, als das ich mit meinem besten Freund einfach so auf die Reihe kriege. Das ist, da fragt man sich was, es geht halt alles vorbei. Ja, muss ich einfach sagen, dass Influencer deutlich underrated sind in vielen Sachen. Es gibt natürlich auch viele Idioten, ne? Kennst du Marvin Wildhage? Nee. Ultralustiger Dude. Der verarscht immer die Influencer. Der hat letztens so einen Fake-Kinofilm gedreht. Der hieß A Hole. Und er hat zum Beispiel das Plakat gemacht. Und das Plakat ist dann die Basis von A Hole. Also ein Horrorfilm-Plakat mit einem Wald im Hintergrund. Aber eigentlich ist die Basis dieses Bildes ein Arschloch. Er hat ein Arschloch fotografiert, das in das Kinoplakat ausgemacht und hat aber Influencer bezahlt, dafür Werbung zu machen. Und die mussten sich diesen Fake-Film, den er aufgenommen hat, der, ich hab mir den angeguckt, das war wirklich unglaublich, du siehst halt eine halbe Stunde, wie Leute frühstücken. Die sagen ja nichts, ja? Und die Influencer saßen halt im Kino, haben sich das angeguckt und haben danach so Storys gemacht, so hey, es ist so cool, guckt euch alle The Hole an. Und dann, ja, muss man, glaube ich, mal gesehen haben. Sehr, sehr lustig. Muss man unbedingt gesehen haben, den Film. Den Film vielleicht nicht. Und auch der Film, ganz spannend, ich glaube, der hat schon über 300.000 Aufrufe oder so, weil die Leute lieben ja Influencer-Bashing. Und da ist das natürlich total berechtigt. Bei anderen Leuten, die so arbeiten, wie ich das gerade gesagt habe, die eigentlich auch eine Firma sind, die sind sehr, sehr underrated. Also was die auf die Beine stellen, und wenn ich das vergleiche mit Produktionsfirmen fürs Fernsehen, also wo das Equipment, das du ja hast, besser ist. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ja. Warum mögen Leute Influencer zu bashen? Also ich glaube, zwei Gründe. Erstmal, ich will nicht so viel nachdenken heute. Eigentlich ganz einfach. Erstmal geben ja Influencer häufig vor, ein geiles Leben zu haben. Und manche haben das auch. Und das ist ja immer dieser Vergleich mit, der arbeitet nicht ehrlich und hat aber ein geiles Leben. Da haben wir ein großes Missempfinden, wenn wir das empfinden. Deswegen, wir finden ja auch Leute toll, die ganz wenig Geld verdienen und ganz hart arbeiten. Man kann ja jeden Berufsstand mal durchgehen, wer ja jetzt sympathisch ist. Das finden wir gut. Plus Medien hassen ja Influencer, weil die ja selber jetzt eine Reichweite haben. Und mittlerweile ist es so, das kann ich vielleicht auch noch droppen, da gibt es vielleicht eine spannende Info, dass bei bestimmten TV-Formaten nicht mal die Moderatoren auf ihre Social-Media-Kanäle verweisen dürfen. Weil ich frage immer, wenn ich im Fernsehen bin, blendet doch bitte ein irgendwie Doc Felix, folgt dem für Gesundheitsinformationen oder so. Oder einfach so auf Instagram. Und da war jetzt letzte Woche das erste Mal die Info, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr für unsere eigenen Moderatoren. Weil es ist ja vollkommen klar, Medien funktionieren ja durch Reichweite. Und Influencer haben jetzt auf einmal selber Reichweite. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Ja, Elon Musk, der kann ja mit einem Post bei Twitter, kann er ja irgendwie die Börse beeinflussen. Ob wir wollen, dass einzelne Menschen so mächtig sind, das ist ja was, worüber man dann reden kann. Aber was man ganz klar sagen muss, ist natürlich, dass es ein Interesse gibt von den Medien, dass Influencer nicht so positiv darstellen. Plus, das ist jetzt was ganz Persönliches, wenn man, also eigentlich gar nicht so persönlich, die Leute, die in Medien, die Medien studiert haben oder Medienausbildung gemacht haben oder so und dann für eine Produktionsfirma arbeiten. Ich sehe ja schon, wie die aussehen. Die wollen selber alle Influencer sein. Natürlich wollen die das. Die wollen doch nicht andere interviewen und die gut darstellen und so weiter. Und diese Influencer, die sagen dann noch, dass sie Journalisten sind, sagt ja so Marvin Wildhager oder so Rezo sagt das ja auch, dann sagen halt die viele, die aus den Medien kommen, nein, das ist ja ganz böse, weil die haben ja kein Volontariat gemacht oder so. Auch die haben natürlich in gewissen Perspektiven recht. Es gibt natürlich schon ein Interesse, das vielleicht nicht so neutral zu beleuchten, aber nichts auf der Welt ist neutral. Also, Zeit ist relativ. Wow, 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 das wird ja ganz groß. Du hast gerade gesagt, dass Influencer-Bashing deswegen potenziell cool ist. Ich verstehe, dass es so eine Medienperspektive dazu gibt, aber die machen auch viel Scheiße, muss man ja auch ganz klar sagen. Also, es wird ja auch viel Scheiße mitgemacht. Siehe die Sachen von Marvin Wildhager. Das heißt, in jeder Kritik, die jeder irgendwann mal geäußert hat, steckt ja was Wahres drin. Man muss ja nur gucken, also gibt es da auch vielleicht was Positives. Ist das fair, alle über einen Kamm zu scheren? Wie ich das jetzt gerade gemacht habe, mit Leuten, die in den Medien arbeiten. Sind die alle so? Natürlich nicht. Viele wollen auch hinter der Kamera arbeiten. Ich wollte nur eine Perspektive machen. Also, es ist halt schon lustig, wenn man die sieht und man weiß ganz genau, die wollen halt ja nicht auf einem roten Teppich jemanden interviewen, sondern die wollen halt natürlich selber die werden sein, die fotografiert werden. Nicht alle, aber bei ein paar ist das natürlich so. Jetzt hast du gerade gesagt, Influencer-Bashing ist spannend, weil Leute vermeintlich mit wenig Arbeiten geiles Leben haben und dann gibt es Neid. Und Neid finden alle irgendwie schön, neidisch zu sein. Zumindest sind viele Leute neidisch. Wie ist denn dein Leben? Geil. Voll geil. Ich, äh, du weißt doch, wie mein Leben ist. Das fragst du mich nicht jetzt so. Ich muss ja kurz mal überlegen, wie ich die Antwort formuliere, weil ich bin ja kein Daily-Vlogger, der immer sagt, wie er, äh, was er am Tag macht oder so. Ich mache ja Content, äh, medizinischen Content. So, und also niemand folgt mir, weil ich ein spannendes Leben habe, weil mein Leben voll langweilig ist. Aber ich finde ein langweiliges Leben halt geil. Also vielleicht kleine Story. Du kannst dir das sofort vorstellen. Also, ähm, mein Ziel oder so, ich war halt mal, als ich das erste Mal im Sat.1 Frühstücksfernsehen war und interviewt wurde, da, das war für mich ein krasser Meilenstein, weil ich war auf einmal im Fernsehen, in einem Magazin, was Millionen Menschen gucken. Und das habe ich mir auch alles selbst erarbeitet. Sonst war es immer, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war, sonst wurde mir immer gesagt, dass ich so privilegiert bin und eigentlich gar nichts dafür kann, dass ich gute Noten in der Schule schreibe oder, äh, ne, also man wird ja häufig, wenn du erfolgreich bist, dann sagen, Leute, du hast ja gar nichts damit zu tun, sondern, ähm, ist dein Elternhaus, und diese Sache, also genauso wie ein Medizinstudienplatz, den ich mir einfach hart erarbeitet habe, genauso wie Fernsehen, da wüsste ich jetzt nicht, wem ich da jetzt, also da habe ich schon einen sehr großen Eigenanteil und, ähm, ich dachte mir halt, indem ich bin halt nach Berlin gefahren, ähm, ich denke immer tatsächlich, ich bin dann wie so ein Schauspieler, ich denke, boah, du bist jetzt so ein fetter Businessman, machst jetzt deine Reise und packst dir deinen Koffer ein und schläft im fenzigen Hotel und ich habe irgendwie nie realisiert, dass ich das da gar nicht spiele, sondern es halt so ist, ja, aber ich spiele es immer noch, weil ich es so witzig finde, ja, ähm, und, ähm, dann war ich halt im Frühstücksfernsehen und ich hatte da, es war richtig geil, ich konnte richtig geil Mehrwert liefern, es war total spontan und dann war ich in Berlin, hatte so ein High, es war ja, keine Ahnung, 10 Uhr oder 11 Uhr, ich dachte, gehst du jetzt noch in Berlin, keine Ahnung, shoppen oder guckst du dir den Brandenburger Tor an oder mache ich vielleicht so eine Story und sagst, hey, ich bin in Berlin, wollt ihr mal den Dock treffen oder so und das Einzige, was ich wollte, war, äh, nach Hause fahren und pumpen mit meinem besten Freund. Damals war ja noch Corona, ja, und wir hatten damals ja, äh, so ein paar Gewichte in, äh, in unsere Garage gepackt. Ich erinnere mich, ja. Ja, ja, und, äh, du hast ja immer das Gewicht so laut fallen lassen, ach, deine 20 Kilo, die du da, ganz kreuzig. Nein, das war eher arschschwer und es war wichtig, dich morgens zu wecken. Ganz unangenehm. Mit Gewichten auf Beton. Ja, aber es ist so lustig, weil man stellt sich das immer anders vor, was man, äh, wie vielleicht das geile Leben ist und bei mir ist das wirklich so, ich hatte halt diesen, das ist nochmal der Kontrast, die, diese Bestätigung, das, was ich mache, funktioniert. Ich bin medizinischer Experte, aber ich bin, ich sag jetzt mal, der medizinische Perspektive, äh, Experte für die Menschen und nicht für Fachpublikum. Soll die auch nicht sein. Ich finde das Volk, sag ich jetzt mal, cooler als die hochnächsigen Ärzte und so weiter. Ähm, aber ich dachte, was macht mich wirklich glücklich? Die Leute, die, keine Ahnung, die, auch deine Gäste, die haben ja teilweise krasse Karren und so weiter, was ich auch feiere, dass die das haben, aber ich wusste, was ich, was ich jetzt machen will, ich will nach Hause fahren, ich will Brustbizeps trainieren mit meinem besten Freund, dann will ich Netflix gucken und zwar irgendeine Serie, die ich schon tausendmal gesehen habe, ja, nichts Neues, nicht mal den Horizont erweitern und so weiter und, und ich weiß noch, wie ich dann da abends trainiert habe, es war schweinekalt, es war im Dezember, wir halt, äh, alles angezogen, ja, Bank drücken und ich musste einfach nur grinsen in unserer bescheuerten Garage ähm, und ich dachte, nichts auf der Welt, Frühstücksfernsehen, Disneyland, was es noch alles gibt, eine eigene Sendung oder so, erfüllt mich so sehr, wie, die Eisenplatten in meiner Garage hochzuheben. Ja, weil, du bist ja auch bombardiert, das machst du nur für dein Aussehen oder was auch immer, ist ja alles, spielt ja alles auch eine Rolle, aber, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal, welche Frage du gestellt hast, aber ich fand, äh, ich fand das dann doch sehr lustig, ja, genau wie ist dein Leben, ähm, genauso wie ich gerade beschrieben habe, das würde ich sagen, ist so ein bisschen mein Leben, so ein bisschen Fame im Fernsehen mal, äh, hauptsächlich, ähm, produziere ich ja die Sachen auch alle selber, äh, mit halt, äh, mit Johannes, und, ähm, Moment, die Fernsehsachen produzierst du aber nicht selber? Ähm, nee, wir haben aber, wir haben schon mal was fürs Fernsehen produziert tatsächlich, und wir haben ja zum Beispiel im Satz 1 Frühstücksfernsehen, haben wir auch gestreamt aus dem Keller, ähm, ähm, das haben wir schon gemacht, äh, äh, und es sind auch produzierte Sachen im Fernsehen von uns gelaufen, ich weiß aber nicht mehr genau was, ehrlicherweise, ähm, und, ähm, ja, also, das ist die Antwort, ich bin da glaube ich mit wenig, ähm, glücklich, jetzt, ähm, ähm, als, äh, als, als Idee, hab natürlich aber dann auch noch ganz verrückte Ziele, aber die brauche ich nicht, um glücklich zu sein, das ist ja ganz lustig, wenn du überlegst, was macht dich so glücklich? Ähm, du musst jetzt nicht mehr der Krasseste sein, oder so, oder du, oder du, äh, brauchst jetzt nicht, ähm, eine Rolex oder so, kannst du ja trotzdem kaufen, ja, aber, du wirst dann nicht glücklicher, wenn du jetzt viel, viel mehr Geld verdienst oder viel, viel tollere Partner kriegst oder tollere Reisen oder so, manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht würde ich dich mal interviewen, ähm, du warst ja ganz viel Reisen in deinem Leben. Bevor wir das machen, können wir gleich machen, bringen wir den Gedanken zu Ende, weil ich glaube von dem, was du gerade erzählt hast, hat der durchschnittliche Zuhörer das Gefühl, Fiete steht morgens auf, fährt einmal die Woche zum Frühstücksfernsehen und geht dann pumpen und sonst chillt der halt und guckt Netflix und du produzierst ja genau das Schereotyp, du arbeitest nicht, außer wenn man, wenn du mal ins Fernsehen gehst, holst du dein Fame ab und dann sagst du, ich brauche mir die Rolex gar nicht kaufen, könnte ich aber. Guck mal, ich will jetzt auf ein, auf ein Problem oder auf ein, auf ein Gedanken hinaus, ähm, ich war, mir war natürlich nicht klar, dass jeder irgendwie jetzt nämlich haten will oder neidisch sein will oder so, nein, ähm, ich arbeite am Tag 24 Stunden oder sogar 16 Stunden, ähm, 24 oder sogar 16 Stunden, oder sogar 16 Stunden, ähm, warum 24, weil ich sogar manchmal im Schlaf oder kurz vorm Schlaf, ähm, äh, Bewegung mache und mir Videos, Video-Gedanken überlege oder wie ich das Leuten erkläre, wie geil Gesundheit ist. Was für Bewegungen machst du vorm Schlafen? Ich gestikuliere immer sehr viel in meinen Videos und zeige manchmal so medizinische Sachen und ob ich jetzt in den Wald gehe, äh, spazieren, vor Netflix sitze oder wirklich schlafe oder kurz vorm Schlafen, äh, ich, äh, lebe das, äh, diese Aufklärungsgeschichte, die, ähm, Vorträge, die ich, äh, mache, ähm, da arbeite ich immer dran. Also das Problem ist eher abzuschalten. Ich bin auch Ewigkeit nicht mehr in Urlaub gefahren. Das Maximalste waren mal fünf Tage. Ähm, ich will auch gar nicht so rumjammern, ähm, weil ich arbeite ja so gerne. Das können sich ja die Leute gar nicht vorstellen. Die meisten, die arbeiten ja, ähm, in einem Job, den sie hassen, ne, um sich Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, weil sie denken, dass die, die dann glücklich machen. Ähm, das ist bei mir so anders. Äh, deswegen fühle ich mich manchmal auch ein bisschen einsam. Da kann man vielleicht auch noch, weil, weil, ähm, ich arbeite so viel, dass ich gar keine Zeit habe, mir Sachen zu kaufen. Zum Beispiel, ich habe mir ja ein neues Auto gekauft letztes, äh, letztes Jahr. Und, ähm, als das angekommen ist, hatte ich keine Zeit, das abzuholen. Und das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, weil auch früher, vor zehn Jahren, hatte ich gesagt, boah, ich überlege mir ganz genau, welche Felgen und, und ich mir da aussuche. Ey, ich hatte keine Zeit dazu. Ja, die haben mich angerufen und haben gesagt, ey, wir haben das Auto da, ähm, hol das ab. Ich so, ich kann das frühestens in zwei Wochen aufholen. Und die hatten halt irgendwie, da sind irgendwie 300 neue Autos gekommen und die haben gesagt, ey, du musst es jetzt abholen. Ich so, ey, keine Zeit. Dann, ich habe dir, glaube ich, das Bild geschickt, haben die gesagt, okay, wir machen Folgendes auch auf unsere Kosten, haben die mir dann das Auto mit einem Kran, äh, weil es nicht angemeldet war, halt zu mir gebracht. Und da stand es dann auch nochmal in der Garage, irgendwie drei Wochen unangemeldet. Das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, ähm, dass man nicht so geil auf das Auto ist oder auf das Fahren oder selbst wenn du die Zeit nicht hast. Aber wenn du halt dann erfolgreich bist und was machst, also wenn du was machst, was du liebst, wirst du damit auch mehr Kohle verdienen. Ähm, und, äh, da ist zum Beispiel, was für Felgen, das war, keine Ahnung, die, die halt gut aussahen, ja, für das Modell gab es, glaube ich, auch in der Zollgröße auch irgendwie nur zwei oder so. Das ist jetzt einfach gemacht. Aber ich glaube, das können sich ganz viele Leute gar nicht vorstellen, dass die Probleme sind, sind, sind ganz anders, wenn man selbstständiger ist und das macht, was man liebt. Kurz nochmal hier dann, also ich habe, glaube ich, so neun freie Mitarbeiter, mit denen wir halt diese Videos produzieren, die mir helfen mit wissenschaftlicher Recherche, die, ich kann ja nicht so gut lesen und schreiben, ja, die dann für mich Sachen schreiben können, ähm, die, ähm, also das hat sich jetzt, in kurzer Zeit habe ich da so ein paar Sachen entwickelt, weil ich sonst einfach übelst Burnout gekriegt habe, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist jetzt alles deutlich größer geworden und das fuckt dann manchmal mental auch ab. Aber ich habe noch nie so viel gearbeitet und ich würde auch sagen, dass ich viel, viel mehr arbeite, äh, als der Durchschnitt. Ähm, mein bester Freund sagt dann immer, ähm, ähm, es fühlt sich nicht so an wie Arbeit. Dann will ich ihm mal auf die Fresse hauen, weil er meint, Arbeit muss halt schmerzhaft sein. Ja, der assoziiert ja Arbeit dann mit Schmerz. Ähm, zum Beispiel, wir kennen ja den besten DJ der Welt, das ist Andy M. Der nimmt, also gefühlt für eine Hochzeit, glaube ich, 30 Euro oder so, ja, und ich kenne andere DJs, die nehmen 3000 Euro. Und manchmal rede ich so mit Freunden, der kann doch nicht so günstig sein, dann sagen die immer, ah, wieso? Der hat doch Spaß an seiner Arbeit. Okay, ja, dann darfst du kein Geld verdienen, das wäre ja unmoralisch. Und, ähm, ich würde mir so sehr wünschen, dass wenn die Leute das hören und denken, das Leben müsste so sein, du musst in einen Job, der dir keine Freude macht, das musst du nicht machen. Das ist ja das Tolle jetzt an unserem fiesen Kapitalismus, der viele negative Sachen hat, aber du, du kannst deinen Job wechseln. So, du kannst sogar, das ist ja total krass, du kannst sogar irgendwie kündigen und kriegst dann irgendwie ein Jahr lang irgendwie Geld, ohne zu arbeiten. Das ist unglaublich. Ich kriege das jetzt bei Freunden mit, die sich so selbstständig machen. Da denke ich mir, okay, das ist schon irgendwie scheiße, selbstständig zu sein, weil du kriegst halt nicht. Also, wir beide kriegen halt kein Geld, wenn wir nicht arbeiten. Wir müssen halt immer arbeiten. Das heißt, diese Geschichte vom Hamsterrad, ist ja Bullshit, wir haben die Geschichte vom Hamsterrad, selbstständige haben die. Vor allen Dingen, du musst ja noch gucken, dass es deinen Mitarbeitern gut geht, denen du Geld zahlst. Also, es wird so viel Bullshit erzählt in dieser ganzen Entrepreneurszene. Sorry, ich rede so viel. Nee, alles gut. Du hast das Gefühl, du bist im Hamsterrad. Na klar. Ich musste ja erst mal Content immer produzieren. Jeden Tag geht jetzt ein Video raus. Und ich musste ja immer strampeln, strampeln, strampeln. Leute, die jetzt angestellt sind, müssen nicht strampeln. Die können sich zum Beispiel krank melden und nicht arbeiten. Also, ich denke jetzt an einen Kollegen. Lehrer. Ich glaube, ich kenne ihn auch. Ja. Oder auch andere Kollegen, sagen wir es mal so. Wenn die nicht arbeiten wollen, dann machen die einen Anruf und dann müssen die nicht arbeiten. und wenn du nicht arbeitest, dann verdienst du halt kein Geld. Also, ich glaube, du hast es schon irgendwie so smart gemacht, dass auch andere für dich arbeiten und dass du als Unternehmer dich aus dem operativen Geschäft rausziehst, bla, bla, bla. Ich halt nicht. Und ich bin ultra krass im Hamsterrad. Also, ich kann nicht drei Wochen in Urlaub fahren. Das geht halt nicht. Gut, aber das ist ja tatsächlich auch deine persönliche Entscheidung. Also, du kannst, du kannst ja über deine Personal Brand Sachen vermarkten, aber du bist halt tendenziell, du bist ja das Produkt. Und ich bin ja in meiner Firma nicht das Produkt, sondern tatsächlich sehr weit weg vom Produkt entfernt. Genau. Deswegen ist bei mir nicht so, dass ich, wenn ich nicht arbeite, kein Geld verdiene, aber ich trage halt die ganze Risikoscheiße sozusagen. Das ist halt nochmal ein anderes Game, das, was ich da spiele, aber ich verstehe das mit, sozusagen als Influencer slash TV und Medienstar. Star, das klingt lustig, oder? Ja, aber dann bist du, dass du sagst, dass ich ein Star bin, das finde ich auch lustig. Ja, aber das kann man doch schon sagen. Also, du hast ja irgendwie über den Daumen so eine knappe Mio an Subscribern über die Kanäle. Ich glaube, marginal ein bisschen weniger. Ja, runden wir auf. Ja. Runden wir auf. Ab fünf wird aufgerundet. Ich will jetzt keine Rechnung vormachen, aber, oder was dazu zählt. Zählt jetzt YouTuber? Nee. Genau, und dann hast du aber potenziell Leute, die dich sozusagen mal erkennen auf der Straße, erkennen im Frühstücksfernsehen. Das sind ja auch potenzielle, die dich fünfmal gesehen haben. Ich gehe ja nie raus. Ich gehe ja nicht raus. In die Stadt oder so. Das ist für mich eine, ich will, guck mal, ich will doch einfach nur zu Hause sein. Ich will arbeiten. Das habe ich natürlich jetzt nicht beim Traumleben gesagt, weil das ist halt das Leben. Ich will Content produzieren. Ich will mir überlegen, wie baue ich mein Gesundheitshaus? Wie sorge ich dafür, dass die Menschen halt gesünder bleiben, dass sie gar nicht erst krank werden? Wie berate ich vielleicht Firmen, dass die das mit mir machen? Das sind, wie mache ich Kochseminare oder so, dass ich den Leuten zeige, wie geil gesunde Ernährung ist? Das ist. Wie wichtig ist dir das, dass es den Leuten besser geht? Das ist ja so die, für die, die es nicht wissen, die so die Doc-Felix-Doktrine. Ich würde gerne den Menschen zu einem besseren Leben verhelfen. Und auch unterhalten. Das muss ich auch dazu sagen. Und unterhalten. Wenn ich jetzt überlege, du gehst über die Straße, machst du auf mich nicht den Eindruck, als würdest du die Leute angucken und so denken, wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch irgendwie Last abnehmen? Wieso nicht? Habe ich nicht den Eindruck. Das ist ein reines Gefühl. Ja, aber du hast ja auch, also manchmal glaube ich, dass du und die anderen in meiner Familie wirklich denken, dass ich ein schlechter Mensch bin. Das glaube ich gar nicht. Dankeschön dafür. Aber ich glaube, wenn du... Ich glaube nicht, dass Felix ein schlechter Mensch ist. Ich kriege das ja mit, was so dann Freunde manchmal so erzählen oder wie das so wirkt. Da denke ich mir... Deswegen führe das nochmal aus. Warum glaubst du nicht, dass es mir ein Interesse ist, dass es den Menschen besser geht? Ich glaube, dass es schon Interesse gibt. Aber die Frage ist, wie wichtig ist das? Also ich glaube, die allerwenigsten Menschen haben Interesse zu sagen, ich möchte, dass es den Menschen schlechter geht. Aber die Frage ist, wenn ich zum Beispiel verdiene 10.000 Euro und investiere die in meine Glückseligkeit oder investiere ich die, dass 10.000 Menschen 1 Euro bekommen oder halt irgendwie ein besseres Leben führen. Und ich glaube, da gibt es Leute, die sind so altruistisch, dass die sagen, um Gottes Willen, mit 10.000 Euro kann ich so vielen Menschen helfen. Und es gibt Leute, die sagen, 10.000 Euro habe ich mir erarbeitet und ich kaufe mir eine Rolex. Und das ist überhaupt nicht wertend, was jetzt besser oder was schlechter ist. Sondern das ist nur die Frage, wie altruistisch ist man wirklich? Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Wir können auch über das Spenden reden. Nein, nein, nein. Das tue ich nämlich auch. Aber tatsächlich finde ich, über sowas sollte man jetzt gar nicht so reden, weil das viele einfach als Marketing-Move machen. Es gibt ganz viele Menschen, die sobald die ein Produkt launchen, ich kenne auch sehr, sehr viele, auch Mitärzte, machen immer eine Spendenaktion, um ein Buch zu promoten. Warum macht man das, damit mehr Bücher verkauft werden und niemand verdient wirklich Geld an Büchern, sondern an dem Fame da rum. Und das finde ich widerlich. Tatsächlich. Oder keine Ahnung, ich weiß ja jetzt nicht, wie deren Perspektive ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich es mache. Aber auf deine Frage zurück. Im Prinzip sagst du ja, hey, es gibt eine Trennung. Entweder machst du alles für andere oder du machst alles für dich. Und häufig trennen die Leute in, es gibt jetzt, der will nur Sex oder der will nur Liebe. Oder es gibt die Trennung, der macht das ja nur, um Geld zu verdienen. Dem ist das ja überhaupt nicht wichtig, dass ein Wert entsteht. Und ich glaube, dass das symbiotisch miteinander verbunden ist. Du kannst das nicht trennen. Und deswegen, wenn du mich fragst, wie ist mein Leben, sage ich ultra geil, weil, und das ist das verrückte, meine verrückte Denkweise, ich glaube, dass Gott, ja, oder dass ich hier bin, um genau das zu machen, um den Leuten zu zeigen, wie geil und einfach gesunde Ernährung, Lifestyle, Gesundheit ist und so weiter. Dafür glaube ich, bin ich hier. Das liebe ich selber. Und deswegen, es ist für mich schwierig, wenn du jetzt sagst, ja, wie viel Prozent mache ich das für mich selbst? weil es wäre ja albern zu sagen, ich habe überhaupt keinen Anteil daran. Ich finde das ja geil, wenn ich Likes bekomme, wenn ich Follower bekomme, wenn ich Zuspruch bekomme. Aber warum bekomme ich das? Weil der Wert, den ich stifte durch die Videos und durch die Arbeit, der gut ist. Und deswegen, wenn du das versuchst, so zu sagen, ja, dir ist das ja egal, wie es den Leuten geht. Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ja, okay. Aber es ist ja ein Prozess. Ich tue das ja, um das alles zu erreichen. Wenn du, keine Ahnung, Elon Musk oder so oder Bill Gates oder Elon für so Purpose-Driven-Business. Frank Thelen. Bleiben wir mal in Deutschland. Der wird auch im Moment sehr gehatet. Menschen können sich nicht vorstellen, Menschen, die wenig Kohle haben oder wenig von etwas oder unzufrieden sind in ihrem Ding. Die denken, wenn sie jetzt Geld haben, wird das deren Probleme lösen. Die sind ultra geldgeil. Die messen dem einen viel höheren Wert bei, als es eigentlich ist. Die können sich nicht vorstellen, dass ein Frank Thelen, ein Elon Musk, ein Bill Gates, für die sind doch, das Thema Geld ist nicht mehr wichtig. Die sind doch jetzt durch damit. Also, und deswegen, aber ich kann jeden verstehen, der das denkt, weil ich glaube, man muss tatsächlich in der Position mal sein, dass es dir einfach einfach nicht so wichtig ist. Da kommen dann andere Sachen. Der will, also ich, Elon, ich kenne ihn natürlich nicht, keine Ahnung, aber sein Ziel ist auf dem Mars und sein Ziel ist es, die Welt zu verbessern. Davon gehe ich aus. Ob er, oder ich, vielleicht nicht Elon, aber es gibt jemand, der so einen Zweck hat und irgendeine ähnliche Mittel und so weiter. Doch, ich glaube schon auch Elon, aber. Ich kenne ihn ja nicht, ich habe ihn noch nie gesehen, aber das wäre mal cool. Also Elon, wenn du das siehst. Ja, aber schönes Beispiel, ich bin ein großer Elon-Fan, finde ich, Elon hat mal gesagt, ich würde unheimlich gerne mal ein Haus bauen, so wie ich das haben will und dann habe ich überlegt, Geld ist ja genug vorhanden, kaufe ich lieber eins, was fertig ist und stecke meine Energie in den Mars oder baue ich mir mein Haus, was ich in meiner Träume und hat das Haus halt nicht gebaut. und das bestätigt ja so ein bisschen, was ich gesagt habe mit der Arbeit und der Zeit. Nehmen wir mal an, der Elon müsste sich jetzt ein Haus bauen, wie er das gerne hätte. Wie viel Zeit würde das kosten? In der Zeit könnte er überlegen, wie er zum Mars geht. Was macht ihm mehr Freude? Der schläft ja in seinem Büro. Soll er sich dann überlegen, wie er das Bett auszusehen hat? Boah, ich wollte noch eine Sache sagen, die wichtig ist. Ich glaube, die habe ich gerade vergessen. Schade, worüber haben wir gerade geredet? Elon? Glaube ich nur Elon und über Altruismus und wie altruistisch Felix ist. Noch einen. Und potenziell ich. Ich hätte noch einen wichtigen Gedanken. Ja, also Antwort ist, ich kann es nicht sagen, da wird mit Sicherheit sehr, laufen sehr viele Sachen zusammen. Kann ich einfach nicht sagen, aber ich glaube, dass was ich tue, ich habe das Warum gefunden, sage ich jetzt mal. Okay. Das wünsche ich vielen Leuten, dass bei, mein Purpose ist ja das, was ich gerade gesagt habe und ich überlege jetzt, was, das ist jetzt bei vielen Sachen, die jetzt so auf mich einprasseln, zahlt das langfristig auf mein Ziel ein? Ja, also ich habe natürlich auch noch andere Ziele. Was hast du für Ziele? Vielleicht können wir da reinspringen. Nee. Nee. Ja, weil, weil soll ich, materielle Ziele, familiäre Ziele, ist es vielleicht auch, vielleicht ist das jetzt, was jetzt Familie, materielle Sachen und so, ist noch gar nicht so klar. Aber das, was ich gerade gesagt habe mit den Menschen, das ist schon klar. Ja, das ist ja eher so Purpose sozusagen. Warum mache ich das jeden Morgen? Aber, und das wäre halt genau mal so mein Thema, wenn du nachts wach wirst und überlegst, dann überlegst du ja, wie wird das Video geil, das ich mache über Abflässen oder was auch immer. Das Abflässen ist ja das Running Family Example. Ja. Aber Felix macht ja, ja, ich sage immer, du esst Apfel, dann wirst du gesund. Das ist halt der simpelste medizinische Content, den ich mir merken kann. Medizin ist auch simpel. Ich hatte eine Frage bei RTL, die haben die mir geschickt. Felix, was kann man denn machen gegen Stress, außer Sport, gut schlafen, gute Ernährung, Meditation und so weiter. Und das will ja jeder. Weißt du, die wollen ja gerne, was kann ich machen, außer das, was ich schon kenne und was irgendwie ein bisschen anstrengend ist. Und ich bin eigentlich dazu da, denen zu sagen, die Basics, das geht ja um die Basics. Die Leute, die irgendwie abnehmen wollen und irgendwie nach Stoffwechselkuren und genetischen Sachen suchen und so weiter. Jetzt kann ja alles sein, dass das funktioniert. Aber was soll denn da rauskommen, was dich dazu prägen, nicht so viel Obst und Gemüse zu essen und dich zu bewegen? Das gibt es nicht. Und je schlauer die Leute und je prominenter die Leute sind, teilweise sind das Unverschämtheiten, dass Fernsehköche mich fragen, was hältst du denn von der DNA-Dings-Analyse? Da denke ich, ja, das hat ja alles seine Bewandtnis. Aber du hast gerade eine Riesenportion Pommes Currywurst gegessen und dazu einen Liter Cola getrunken. Was glaubst du denn, was bei einer genetischen, also die Leute denken ja, hm, ich trage jetzt Kohlenhydrate nicht so gut wie Fett, also lasse ich bestimmte Kohlenhydrate, also eine Kartoffel um 18.30 Uhr, lasse ich dann weg und dann sehe ich halt aus wie Chris Hemsworth. Das ist ja deren Idee. Aber die Wahrheit ist, egal was da rauskommt, die Basics sind Apfel essen. Um das ganz kurz zu sagen. Sorry, erzähl weiter. Nee, war doch schön. Was also rauskommt, ist, ein Fiete hat ein geiles Leben, der sitzt ... Aber für alle ultra stressig. Ja, ja, genau. Ich versuche mal, dein Leben sozusagen zusammenzufassen und von da gehen wir dann weiter. Du hast es geschafft, nach und in deinem Studium substanziell Follower aufzubauen, so dass du eine Personal Brand geworden bist und dass du bekannt geworden bist, dass du ins Fernsehen gekommen bist. Das heißt, du produzierst Content zusammen mit neuen Mitarbeitern oder von neuen freien Mitarbeitern für diverse Kanäle, um das langfristige Ziel zu erreichen oder den Purpose zu erreichen, wie können Menschen ein besseres Leben führen. Und damit fährst du für dich ganz geil, dass du arbeitest viel, hast aber viel positive Response, right? Ja. So, und dann gibt es ab und zu immer etwas negative Response und damit mache ich auch tatsächlich gerade so meine ersten, ja, nicht meine ersten Erfahrungen. Ich fand das schon immer, in meiner Firma war der erste wichtigste Schritt, als ich die Beantwortung von Kommentaren und Nachrichten abgeben konnte. Das einfach, das war so, also mich hat halt schon ein fucking Kommentar abgefuckt, der irgendwie nur eine negativ intonierte Frage, und dann sage ich schon, was tust du mir an? Ja. Wie ist das bei dir? Genauso schlimm und das ändert sich auch nicht. Ich habe da auch ein paar Theorien und ich habe da auch ein paar Kritikpunkte an unserem, an unserem Credo, was man macht. Denn das Problem ist, wenn du was auf Social Media machst, dann darfst du ja keine Kommentare löschen. Also wir hatten, ich glaube, als ich angefangen habe, habe ich auch mal einen so ein bisschen angebieft unter Kommentaren und das fandst du ganz furchtbar. Wann ich ganz furchtbar? Wann ich ganz furchtbar. Okay. Ja, das hängt hier. Ich habe einen angebieft. Nee. Jemand hat mich kritisiert und ich habe den zurück angebieft. Ach so, ja, okay. Und das fand ich furchtbar. Das hast du gesagt, das kann man nicht machen. Also im Prinzip, ich hatte auch so, ich habe ja nicht nur meine Kanäle, sondern ich mache ja was für auch andere Kanäle. Und da stand dann Teil, also da stand fast eine Beleidigung und dieser Kanal hat halt wie folgt darauf reagiert, was ja glaube ich auch noch das Credo ist. Danke für deine Meinung. Danke für deinen Kommentar. Gut, dass du es kritisch siehst oder so. Wir haben uns aber bla 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 bla. Und so, wenn ich jetzt zu dir in deine Wohnung komme und sage, ich finde, hier sieht es scheiße aus, dann solltest du nicht reagieren. Danke für deine Meinung, Felix. Schön, dass du es kritisierst. Es gibt so ein Problem, was Leute immer haben mit ihrer persönlichen Meinung. Denn eine persönliche Meinung ist ja toll, dass man die haben darf. Und ich bin ganz dankbar, dass ich in so einem Land bin, wo die jeder haben darf. Die kann man auch äußern, die muss aber nicht immer gehört werden, die persönliche Meinung. Das heißt, ganz vieles, was auch online okay wäre, würde sich niemand trauen, dir im echten Leben persönlich zu sagen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich das auch nicht online anhören. Und zum Beispiel, wenn du jetzt fragst, blockierst du Leute? Ja. Und bitte mach das auch. Also, ich habe mal so ein Gleichnis gebaut. Deine Kanäle sind wie dein Haus. Und das ist öffentlich, wenn du einen öffentlichen Kanal hast. Und da kannst du dann sagen, hey, hier gibt es was zu essen. Ich habe eine Torte gebacken. Hier gibt es irgendwie ein Museum. Kannst du Fotos angucken. Und dann gibt es halt Leute, die kommen rein und sagen, cool, danke, like ich. Und dann gibt es auch Leute, stell dir vor, du machst dir eine Party mit Kuchen, die sagen, ja, so, den Kuchen finde ich ein bisschen zu süß. Ehrlicherweise, warum hast du die Wand auch so gestrichen? Rot ist auch eine blöde Farbe. Und dann sagst du, aber ich wollte das doch so machen. Dann sagen die, aber das ist doch meine persönliche Meinung, die darf ich doch äußern. So, würdest du diese Person dann zur nächsten Party einladen? So, nein. Das heißt, achte darauf, so, mir ist die mentale Gesundheit von den Creators auch ganz wichtig und von einfach allen Leuten, achte darauf, wen du dein Haus lässt. Und du musst das nicht ertragen. Du musst nicht die Meinung anderer Menschen ertragen, auch wenn die subjektiv stimmen. Wenn du wirklich eine hässliche Farbe gemacht hast. So, wenn jemand, keine Ahnung, ich fände jetzt bei mir gerade gar kein Beispiel ein, was, keine Ahnung, ja, Stethoskop, ja, du musst ja immer irgendwie dein Stethoskop benutzen, damit du zeigst, dass du Arzt bist. So, will ich jemanden, der sowas mir schreibt, in meinem Haus haben, obwohl er subjektiv in der Sache zu 100% Recht hat? Das mache ich ja, dann können wir gleich noch drüber reden, wenn das okay ist, mache ich ja genau, dass man erkennt, dass ich Arzt bin. Das ist ja mein USP. Peererweise machen das alle Ärzte, damit man erkennt, dass sie Arzt sind. Ja, aber das ist ja, also dann, okay, Thema Stethoskop, Thema Stethoskop. Man erkennt mich gar nicht, oder? Hast du ein Stethoskop dabei? Du hast vergessen, ich hätte es uns wirklich mitgenommen. Ach, Fiete, Fiete, vielleicht habe ich noch eins für meine Arztverkleidung. Also, du hast immer ein Stethoskop an in deinen Videos und dann schreiben Leute darunter, was bist du für ein Otto, du hörst doch keinen ab, weil du machst doch gerade ein Video. Ja, genau. Und dann löscht du die und blockst die und sagst denen, dass die böse Menschen sind. Sagst du denen, dass die böse Menschen sind? Nein, du schenkst dir noch keine Aufmerksamkeit, wenn es irgendwie geht. Aber du hast es ja schon gelesen, es macht ja was mit dir. Ja, ja, klar. Du hast das einmal gesehen, jemand schreibt was Blödes und ob das jetzt morgen noch da steht oder es löscht, ist fast egal, würde ich sagen. Ja, es macht dich ultra fertig. Lustigerweise, das habe ich dir auch mal gesagt und das konntest du damals noch nicht ganz verstehen, als ich gesagt habe, so, das macht ja was mit dir. Also, man ist da nicht so cool. Das heißt, Leute denken ja, Leute, dass ein Justin Bieber, der irgendwie alles hat, was man denkt, dass dem Hater egal sind, weil der hat ja so viele, stimmt ja gar nicht. Wir haben ja immer, wir als Säugetiere haben ja immer, Angst alleine zu sterben und das Rudel zu verlassen. Selbstverständlich gucke ich auch und das fuckt mich im Moment so ein bisschen ab. Ich gucke im Moment, wir können vielleicht gleich noch über Cancel Culture reden oder so, immer die Posts und die Nachrichten, ich lese die kaum noch. Ich gucke nur, ist das negativ und könnte es ein Shit zum Auslösen. Das heißt, für die 83 Prozent, 90 Prozent positiven Kommentare bin ich emotional gar nicht mehr empfänglich. Das heißt, auch das habe ich jetzt versucht, so ein bisschen wie du mit den Kommentaren so ein bisschen outzusourcen, dass ich dann vielleicht in einem Monat oder so mir wieder das geben kann, weil ich wirklich so nur negativ geprimed bin. Ich finde, wir sind im Moment auch in einer sehr schwierigen Zeit für Social Media, aber sorry, Thema Stethoskop. Ja, okay, Stethoskop und dann schwierige Zeit für Social Media. Ja, weil das habe ich ja noch niemals gesagt. Es gibt ja auch dann so Leute, die dich feiern und dann sowas sagen wie, dein Content ist ja super, aber weißt du was, du brauchst das Stethoskop doch gar nicht. Du machst doch auch so coolen Content. Denke ich mir, ja, aber ich will es ja tragen. Also wenn du dir jetzt eine Rolex kaufst und ich sage dir, du brauchst die Rolex doch gar nicht, du bist doch ein cooler Typ. Dann denkst du dir, aber ich will sie ja tragen. Nimmst du mich auch bitte so mit meinem kompletten Konzept, wie ich auch sein möchte? Ja, die Leute, die denken ja, die müssen nicht akzeptieren, wie du bist, aber die Menschen müssen nicht auch so akzeptieren, wie du gerne sein möchtest. Auch Partner oder so. Wenn du Ziele hast und du bist jetzt, keine Ahnung, du bist halt jetzt ein Typ mit ultradünnen Armen. Ja? Kann ich mich gut reinversetzen? Feminine Statur. Ja? Und du möchtest dich vielleicht ändern, aber vielleicht hast du einen Partner, der dann sagt, du machst das doch nur irgendwas, du bist doch so gut, wie du bist oder so und manchmal willst du ja nicht so sein, wie du gerade bist. Du willst dich verändern und deswegen ist es auch wichtig für Menschen, für Follower, dass die nicht nur dich akzeptieren, wie du gerade bist, sondern auch, wie du sein möchtest. Ja? Stethoskop. Also der Stethoskop hat, glaube ich, drei Funktionen oder vielleicht nur zwei. Muss ich gucken, dann habe ich es jetzt falsch angekündigt. Erstmal, trete ich ja nicht als Person Felix auf, die sagt, hey, ich habe die und die Hobbys, ich mache dies und das und heute Morgen habe ich das gemacht, sondern ich will ja Social Media als Arzt benutzen, als Mediziner, um medizinische Sachen zu posten. Das heißt, das ist ja mein USP. Also USP ist ja, okay, gut, das Zweite ist ja ein USP, allerdings als Arzt ist es natürlich ein blödes USP, weil es ja so, also tatsächlich immer weniger haben, ja, die haben dann aber halt einen Ärztekittel an, wenn die im Studio stehen. Braucht natürlich auch da keinen Ärztekittel, ne? Aber es ist ja wichtig, und jetzt, das ist im Prinzip USP, oh, ich habe vier. Drei ist Marketing, wenn du jetzt vibest durch TikTok oder Insta und siehst dann halt einen Arzt und du interessierst dich für Medizin, bist ja viel affiner, als wenn das ein Coach macht oder so. Also du hast ja nur eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne und da will ich, dass man sieht, okay, Medizin und nicht Passion oder so. Es gibt ja auch Leute, der Liebscher und Bracht macht das zum Beispiel, der zieht sich immer weiß an und alle denken, der ist Arzt, der ist aber BWLer, ja? Das finde ich so witzig, also der hat kein Stethoskop und das wäre noch, aber der hat immer so eine weiße Hose und man denkt halt, das ist er gar nicht. Ich finde auch seine Rolle, hier kann man viel kritisieren, aber man kann nicht den Wert nicht anerkennen, den viele Menschen stiften, auch wenn das viel, ja, naja. So, das ist das eine und das andere und das ist jetzt so ein bisschen, dass das vielleicht spannend ist und jetzt nicht so lame, ich bin ja Fan von Batman oder so und Batman zieht sich ja eine Maske an. Superhelden, die verbergen ja ihre wahre Identität und ich habe auch das Gefühl, mit dem Stethoskop oder so schlüpfe ich in eine andere Rolle rein. Das hat den Vorteil, dass du ja nicht mehr so angreifbar bist. Auf einmal kritisieren Leute Doc Felix und nicht mich als Person. Funktioniert natürlich nicht so hundertprozentig, ja? Wäre natürlich geil, du hast das Stethoskop um, siehst die Kommentare, die scheiße sind, und dann denkst du, ja, ja, das ist, hier lege ich meinen Stethoskop-Kommentar sozusagen ab. Das ist so ein bisschen die Idee, ich glaube, bei Inception ist es auch so, dass jeder irgendwie immer so eine Münze oder so in der Hosentasche hat und weiß, okay, jetzt bin ich in der Traumwelt und nicht und das ist dann halt so was, dass ich denke, das Stethoskop, damit nehme ich die Identität an, sowohl was Hate angeht, als auch, du kannst ja gucken, wie willst du auch sein als Mensch, ja? Und vielleicht will ich ein bisschen mutiger sein oder so, ein bisschen mehr einen Fick geben, ein bisschen, was auch immer und das kannst du natürlich dann machen, indem du dich an so Sachen knüpfst, wie zum Beispiel ein Stethoskop. Das war jetzt auch eine Idee und deswegen finde ich es immer so lustig, dass sowohl Hate als auch Verbesserungsvorschläge als auch sonst irgendwas, ich glaube nicht, dass die Menschen die Vielschichtigkeit dieses Stethoskops verstehen. Das finde ich immer sehr lustig und das sollte den Leuten auch klar sein, jeder Kommentar hilft. Wie viel Stethoskop-Kommentare bekommst du so? Da will ich nicht drauf eingehen, nächste Frage. Ungefähr. Da will ich nicht drauf eingehen. Ich will ja nicht alles offenlegen. Ich will ja nicht alles offenlegen, sag ich dir gleich hinterher, wenn du willst. Ja, weil ich finde das ganz spannend, dass die Kritik zum Thema Stethoskop dich so umtreibt, dass du das Gefühl hast, dass du dich zum Stethoskop äußern musst. Du bist halt Arzt. Achso. Aber das scheint dir ultra wichtig zu sein und da sind ja Stunden Hirnaktivität für draufgegangen. Ja, aber jetzt gar nicht wegen Hate. Das hatte so ein bisschen auch den Sinn, was sage ich in deinem Podcast. Das habe ich noch nie gesagt und ich dachte, das ist vielleicht spannend. Wenn du mich fragst, warum hast du mit Social Media angefangen, kannst du aber jeden anderen Podcast hören mit, ja, ich will Leute inspirieren. Nee, genau, aber das will ich ja nicht hören. Eben, deswegen das war eher, wie kann ich neue Sachen sagen für dich? Ja, ja, so. Du wolltest mir einen Gefallen tun. Bisschen schon. Ach, du bist ja süß, Fiete. Ja, klar. Du bist ja süß. Was ich tatsächlich sehr spannend immer finde, ist diese Transition, von Felix geht in die Schule, Felix studiert und es gibt ja sozusagen einen relativ klaren Pfad. Wenn du eingeschult wirst, hast du erst vier Jahre Grundschule. Dann gehst du aufs Gymnasium, dann suchst du dir ein Studium und dieser vorgegebene Pfad ist irgendwann, wenn du Abi machst, also ich möchte Medizin studieren, hast ein entsprechendes Abi, dann ist es ein realistischer Pfad. Dieser Pfad, ich mache jetzt mal medizinischen Content auf Instagram, den gibt es eigentlich nicht, gibt es eigentlich nicht. Habe ich ja auch erfunden. Genau. Sorry, ich habe ihn plagiiert aus den Staaten. Das ist ja auch so lustig. Du musst ja, es waren ein paar Unternehmer zu, man muss ja noch nicht mal Sachen selber erfinden, man muss sich einfach gucken, was geht in den USA und das kann man dann plagiieren. Plagiieren klingt jetzt so böse, aber du weißt ja, was ich meine. Also müssen wir ja gar nicht drüber reden. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du deinen privaten Instagram-Account von Ich bin der kleine dicke Fiete umgemünzt hast auf Ich bin jetzt übrigens Influencer, habe halt meine privaten 400, 500.000 Follower oder was auch immer, nicht 500.000, sondern quasi von deinem privaten Account hast du ja umgemünzt. Was ist dann passiert? Weißt du doch, war alles schrecklich. Was heißt schrecklich? Soll ich das jetzt nochmal in deinem Podcast sagen? Also erstmal muss man sagen, ich wollte immer YouTuber werden. Das war, YouTube fand ich immer ultra geil und man wusste eigentlich auch damals schon, wohin die Reise geht. Warum fand ich YouTube geil? Ich finde Lesen scheiße und du hast ja mal gesagt, du musst lesen, das macht einen klug und so. Ich sehe das halt anders. Jetzt gibt es ja viele Podcasts und Hörbücher und auch jetzt YouTube-Videos, wo man Sachen viel besser versteht als durch das Medienbuch. By the way, es ist hier ultra heiß. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das abzukühlen? Kannst du keine Duschen geben, wenn du willst. Dankeschön. Ich habe einen Tanktoft dabei. Willst du es anziehen eben? Nee, das ist im Auto. Ja, ich wollte halt eigentlich immer YouTube machen und ich habe mich aber nicht getraut, YouTube zu machen, weil du bist ja so angreifbar, wenn du Videos machst und irgendwie war YouTube noch groß und Instagram hat ja jeder. Wieso ist man angreifbar, wenn man Videos macht? Nein. Nicht auf Instagram, also ich verstehe, warum man grundsätzlich die Anfrage hat, weil du bist ja auf Insta auch reingreifbar. Aber Insta war damals nur eine reine Fotoplattform und ein Foto zu machen auf einer Plattform, wo alle anderen Freunde auch Fotos machen, dachte ich, das wäre die geringere Hürde, dass Leute darüber reden und haten. Das war aber, glaube ich, genau der Falschweg, weil die Sache ist, warum ist Instagram so erfolgreich? Es gibt jedem privaten Menschen und das wird hier jeder, jeden aufregen, wenn ich das sage, gibt es dieses, also gibt ihnen das Gefühl, dass die berühmt werden können, weil die sehen ihre Fotos und theoretisch kann jeder Post auf Instagram dich zum Star machen. Also wirklich sehr, sehr theoretisch, kann dich zum Star machen. Deswegen nutzen ja auch Leute Hashtags. Warum nutzen Leute mit privatem Account Hashtags? Die wollen doch das, die wollen gefunden werden über den Hashtag. Muss man ja überlegen. Also die machen das ja, um Likes und Reichweite zu, ist ja überhaupt nicht schlimm. nur die sind sich dessen nur unbewusst bewusst und ich dachte halt, es wäre halt einfach, dass ich so einen schleichenden Übergang habe, dass ich dann Reichweite auf Instagram habe und dann sage, ich mache jetzt YouTube. Ich mache jetzt das, was ich eigentlich machen wollte. Mittlerweile finde ich aber auch Instagram absolut super, muss ich sagen. Ich fand es damals als Fotoplattform, hätte ich nie gedacht, dass mir Fotografie dann so viel Spaß macht. Du hast fotografiert? Fotografie, natürlich habe ich nicht fotografiert, lieber Benni. Das ist ja auch sowas, das wird dir dann abgesprochen. Du fotografierst ja nur oder machst Fotos, wenn du die Kamera in der Hand hast. Ich hatte aber ein Konzept, wie das Bild aussieht. Ich habe gemodelt und das ist vielleicht noch eine andere Geschichte, wie ich die Fotos gestaltet habe. Das habe ich ja mit meinem besten Freund gemacht. Aber auch da hatte ich einen sehr, sehr großen eigenen Einfluss auf ganz, ganz viele Faktoren. Deswegen sage ich, guten Gewissens auf Fotos gemacht, auch wenn ich nicht abgedrückt habe. Was natürlich in keinster Form die absolut grandiose Arbeit von Johannes irgendwie klein macht, ganz im Gegenteil. Das ist ein absolut geiles Teamarbeit, was wir da auf die Beine gestellt haben. Wie hat das Umfeld reagiert? Ja, wir haben das halt gehatet, haben darüber geredet, missgönnt und was er, also medizinische Kollegen, was erlaubt er sich? Ja, haben sogar mal, ich war mal bei uns live, haben sogar, das hat mich auch ein bisschen abgefuckt, haben so drei Medizinstudenten, wovon auch zwei eigentlich so mal so Kollegen waren, haben dann so einen Hate-Beitrag, Hate-Kommentar geliked. Also die kleinste Form von, ich hate das, aber ich schreibe noch nicht mal einen Kommentar, sondern like den nur. Da wäre Gewalt die richtige Antwort gelesen. Gewalt meinst du? Und ach, habe ich den einmal in der Uni gesehen, habe den damit konfrontiert und der hat die ganze Zeit weggeguckt und wollte dem halt auf den Weg gehen. Kollege hat mal gesagt, Du hast auch im Real-Life-Blick-Kontakt vermeiden. Ja, genau. Guck, wie sie im Internet haten, aber im Real-Life-Blick-Kontakt vermeiden. Danke, Kollege, für die besten Hände in der Welt. Danke, danke. Es ist wirklich genauso, ja. Deswegen war es wirklich komplett lächerlich. Medizinische Kollegen haben das halt so nach dem Motto, was erlaubt er sich, weil ich in meinem Medizinstudium nicht zu den Besten gehört habe, sondern ich war eher Durchschnitt. Man muss sagen, ich hatte auch keinen Anspruch, da gute Noten zu machen. Man muss aber auch sagen, ich hätte sie auch nicht bekommen können, weil ich mich so gut lesen kann und mich auch diese krankmachenden Sachen einfach nicht so interessiert haben. Ich bin der Gesundheitspräventions-Doc. Das finden die Leute dann auch scheiße. Das wurde mir dann auch vorgeworfen von einer Ärztin. Felix, sorry, ich sage es jetzt mal, du machst Wellness-Medizin. Oh, wow. Und ich denke, ja, und das ist halt das Schlimmste, weil im Krankenhaus bist du der Krasseste, wenn du sowas machst wie Notfallmedizin. Intensiv, je schlechter es den Menschen geht, desto besser, weil du hast ja den größten Impact auf die. Und was mache ich? Ich sage erst einen Apfel. Es ist ja Wellness-Medizin, aber was soll ich dir sagen, es geht ja auch darum. Die Leute sollen ja sich gut fühlen Wellness. Und Medizin ist ja auch defizitär. Es wird ja nur geguckt, wenn du auf einer Skala von 0 bis 10 bist, aber dir geht es jetzt bei einer minus 7, weil du schreckliche Schmerzen hast, geht es in der Medizin darum, wie kriegen wir eine 0 hin? Aber das reicht den Menschen nicht mehr. Die wollen ja auch glücklich sein, die wollen erfolgreich sein, die wollen stark und fit sein. Aber idealerweise nichts dafür tun. Ja, das ist ja noch was ganz anderes. Aber natürlich und deswegen also von medizinischen Kollegen in meinem Alter und knapp drüber Hate. Lustigerweise von älteren medizinischen Kollegen, die fanden das cool und spannend. Und von Freunden, ja, das macht mich wirklich auch sehr traurig, halt Hate und Gelächter. Ich muss aber auch gestehen, ich bin auch jemand, der Leute sehr, sehr gerne aufzieht. So, das vergisst man dann vielleicht manchmal. Man denkt denn bei einem selber, ist das dann nochmal was ganz anderes, als das natürlich auch total unfair ist. Es gibt immer die Sprüche, die mir Leute sagen, Felix, wenn du erfolgreich wirst oder wenn du Geld hast, dann hast du auch ein anderes Umfeld. Das habe ich aber nicht. Weil ich so viele gute Freunde habe und das Verrückte ist, die Freunde, die haben mir sogar dabei geholfen. Also von dem Fotografen, der sich auch als erstes ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass er mit seinen Freunden halt auch abhängen konnte und im Prinzip gesagt hat, der Doc Felix, der macht irgendwie Scheiße, aber ich mache seine Fotos. Über zum Beispiel einen Kollegen, der Schreiner ist und mit mir mein Studio gebaut hat. Weißt du was? Das reicht mir dann. Der kann dann von mir aus über die Sachen lachen, aber intrinsisch hilft er mir, meine Ziele zu erreichen. Ich habe einen Kollegen, den Rallye-Fahrer, der findet das so scheiße, was ich mache. Wirklich? Warum? Ja, also ich habe da mich, also als erstes versuchst du natürlich, wenn du sowas machst, das den Leuten zu erklären, dass sie das toll finden und dass sie auch verstehen, warum das so wichtig ist. Mittlerweile, also, halt nicht. Also, ja, aber es ist ja auch mal ein Typ, der findet auch irgendwie Cabriolets scheiße und SUVs scheiße und findet ganz, ganz viele Sachen scheiße, wo man denkt, findet die doch neutral. Also, ist halt eine Meckerfurt. Aber auch der baut halt mit mir meine Website. Aber warum? Weil er ein guter Freund ist. Du kannst ja als Freund, und das finde ich dann so beeindruckend, du kannst es ja haten, was ein anderer macht, aber du kannst ja trotzdem den in seinen Zielen unterstützen. Und da habe ich so ultra großes Glück gehabt, dass viele gelabert haben und sich darüber lustig gemacht haben, aber intrinsisch mir dann doch geholfen haben. Und, ja, das ist, glaube ich, auch einzigartig. Und einzigartig ist, glaube ich, auch, wenn man so einen Schritt aus dem Umfeld rausgeht, jetzt in Sachen Social Media, jetzt ist das Selbstständigkeit und so weiter, dass man trotzdem mit den gleichen Leuten rumhängt. Ich dachte, das ist normal, aber das scheint, also jeder, der sich verändert, den ich kenne, der sagt mir immer, du willst dann andere Freunde haben und so weiter und habe ich nicht und ich bin da sehr dankbar für. Jetzt hätte ich gerne ein paar Freunde, die meine Probleme und so weiter teilen können. Die habe ich leider nicht oder sehr, sehr wenige. Aber, nee, mein Umfeld hat sich überhaupt nicht geändert. Das würde ich auch nicht wollen. Warum würdest du das nicht wollen? Weil ich die Freunde liebe. Ja, aber gleichzeitig willst du Leute, die deine Probleme verstehen und vielleicht nicht das Haten, was du machst. Jetzt, ich war jetzt letztens, das, ich war auf einer Hochzeit und jedes Mal, ich mache es jetzt seit vier Jahren, habe ich immer noch ein bisschen Angst, dass ich da aufgezogen werde. mit O, Doc Felix. Auf einer Hochzeit als Gast eingeladen. Als Gast, ja genau. Und hätte ich geheiratet, dann hätte ich dich vielleicht eingeladen. du hast ja vielleicht auch, du hast ja auch als DJ auf vielen Hochzeiten aufgelegt. Das stimmt, das stimmt. Bin ja auch nicht so doof, ne? Ja. Und da fand das jeder eher beeindruckend und cool oder halt neutral. Aber normalerweise hätte ich immer so ein bisschen Schiss gehabt und ich glaube mittlerweile ist es halt, und es hat vier Jahre gedauert, es hat einen blauen Haken gedauert und 800.000 Abonnenten und Fernsehauftritte, bis das angekommen ist. Und jetzt ist es, also jetzt glaube ich, ich bin gespannt, weil ich habe jetzt fast jedes Wochenende eine Hochzeit, dass das nicht mehr so eine große Sache ist für die Kollegen, also für Freunde oder Bekannte oder so. Also ich glaube eher auch, da höre ich immer mehr, dass sie eher beeindruckt sind einfach vom Erfolg. Und klar, es gibt immer noch irgendwie, ich denke jetzt gerade irgendwie an einen, der hat mir ernsthaft mal gesagt, Felix, ich finde dein Instagram scheiße, überhaupt nicht meinen Geschmack, aber ich finde deinen Podcast gut. Und der hat es dann nicht verstanden, dass ich ihn bei Insta geblockt habe. Wieso hast du ihn bei Insta geblockt? Ich will doch nicht, dass er mein Content sieht. Man denkt ja immer, dass der Creator, das ist vielleicht eine spannende Info, man denkt ja immer, der Creator muss sich immer über jeden Follower freuen. Und als Follower tut man dem Dienst. Stimmt aber nicht. Vor allen Dingen, wenn du eine Million Follower hast. So, ich will doch aussieben, wer mir folgt, wer in meinem Haus ist und wenn das oder wenn der, Moment, war das ein Freund von dir? Ja, bekannter, bekannter, ja, eigentlich schon Freund, ja, ein bisschen schade, eigentlich schon. Hast du gerade als gezeichnet, wenn du dir das täuscht? Ah ne, also halt einfach ein neidischer Idiot, das muss man einfach dann sagen. Wie kommt man darauf, zu jemandem zu gehen, auf einer Party und zu sagen, hey, ich finde dein Insta scheiße, aber dein Podcast finde ich gut. Auch eine geile Strategie, so bist du kein reiner Hater. Immer erst mal zu sagen, das ist dann vielleicht ein kleiner Advice, wenn du jemanden fertig machen willst, dann sag als erst was Gutes. Dann bist du ja kein Hater, dann äußerst du ja nur deine Meinung. Was soll das? Und überleg mal, wie viel, so machen sich by the way auch Mädels an mich auf Insta ran. Das ist so lustig. Wie scheiße die das machen. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber der hat es halt nicht verstanden, dass ich ihn da geblockt habe. Ich will solche Leute nicht mehr im Haus haben. Plus, der hat ja anderen Freunden dann auch noch meinen Kanal gezeigt, wo ich dabei war und hat gesagt, guck mal, was der da macht. Kannst du jetzt verstehen, warum ich den blocke? Also was soll das? Und der muss ja jetzt, und der ist jetzt in der blöden Situation, dass er seinen Freunden erzählen muss, dass ein Freund, der noch dazu das erreicht hat, ihn geblockt hat. Das ist für ihn eine sehr, sehr unangenehme Situation, die ich ultra geil finde. Ja, also man kann sich wehren. Man muss diese Menschen nicht in sein Haus lassen. So, seitdem ist es auch so ein bisschen, also ich habe den auch kaum getroffen danach noch. Was ich eigentlich schade finde, weil für mich ist die Sache jetzt gegessen. Also man muss das ja nicht geil finden, was ich mache, aber da muss man nicht darüber sprechen. Guck mal, du hast irgendwie 80 neue Hobbys, irgendwie jede Woche machst du irgendwas Neues, finde ich ja nicht alles geil davon. Aber ich muss doch jetzt nicht zu dir gehen und sagen, Compoundbogen, das finde ich irgendwie doof, weil das mit dem Seilzug ist ja jetzt nicht mehr so, wie man das damals gemacht hat und das ist viel zu viel Technik und so weiter. Soll ich dir eine Stunde erzählen, warum ich Compoundbogen blöd finde? Nein. Kannst du machen, ich höre dir halt nicht zu. Ja, genau, aber dein Leben ist ja begrenzt. Ja, krass. Du hast gerade erzählt, aber bevor wir zu den Mädels anmachen auf Instagram, hast du erwähnt, dass es jetzt potenziell anders ist. Das heißt, du hast Hate bekommen, als du gesagt hast, ich will übrigens ausbrechen aus meinem Arzt-Karriere-Fahrt und ich mache jetzt was, um potenziell hier so einen Account aufzubauen, Reach zu bekommen und so. Ich kann das aber auch alles verstehen, das muss ich dazu sagen. Also ich habe ja als Arzt, sage ich jetzt mal, einen ernährungs- und psychologischen Schwerpunkt. Ich weiß, welche Ängste und was dahinter steht, sowas zu haten. Das ist total menschlich. Das sind ja keine schlechten Menschen. Aus ihrer Sichtweise haben die ja recht. Jeder hat aus seiner Sichtweise recht. Genau. Sagst du ja nichts, was du glaubst. Aber die wollen dir ja nicht schädigen. Die wollen dir nicht schädigen. Du wollen dich nicht schädigen. Wirklich? Weil eigentlich wollen die doch dein Haus ein bisschen anbieten. Also sorry, ein, zwei natürlich schon. Also irgendwie sehr, auch ein sehr guter Freund von mir, das ist wirklich, der ist halt total neidisch über alles. Irgendwie bin ich mit Grammatik gerade schlecht. Sorry. Ja, schon okay. Da bin ich ja gewohnt. Ja, also das gibt es natürlich schon, aber die meisten natürlich nicht. Die haben, das sind ja auch die Säugetiere, die die Gruppe wieder zusammenholt. Stell dir vor, du hast so eine Crowd an Leuten und einer versucht auszubrechen. Und dann bist du in dieser Gruppe und denkst du, vielleicht bricht noch ein anderer aus. Und dann bist du auf einmal alleine. Was machst du? Du versuchst, ihn wieder reinzuziehen. Und du versuchst vor allen Dingen, das andere Rudel auf deine Seite zu ziehen. Und das ist total egal, ob du mehr Kohle verdienst oder ob du die Person bist, die immer Single ist und auf einmal dann eine Beziehung hat. Das will das Rudel nicht. Das will immer alles wieder zurückrufen, wie es eigentlich ist. Das ist ja tatsächlich eine ganz spannende Freundschaftsthematik sozusagen. Wenn du in einem, sag mal, um das jetzt mal von diesem Erfolg, der Volksdimension wegzuziehen. Du bist in einem Freundeskreis von, ich sag mal, sehr ungesund lebenden Menschen. Irgendwelchen Kiffern, die jeden Tag bei McDonalds essen und irgendwie nichts auf die Kette kriegen, aber alle Scheiße finden sozusagen. Jetzt entschließt sich einer von denen und sagt, pass auf, ich möchte gerne irgendwie ein anderes Leben führen. Ich möchte was erreichen. Ich höre auf zu kiffen. Ich fange an mit Sport. Alles tendenziell neutral gesehen positive Sachen. Ja. So. Dann wird das Rudel sagen, was bist du eigentlich für ein Otto? Wenn du das jetzt schaffst, hier auszubrechen, dann stehen dir wieder schlecht da. So. Und dann sagst du jetzt, übertragen, das sind ja meine Freunde. Leute sozusagen, die haten zwar, dass ich abnehmen will und mit dem Kiffen aufhören und die wollen mich wieder zurück und ich blogge die auf Instagram, aber es sind meine Freunde, weil ich die mag. Ja. Wäre nicht die Alternative, zu sagen, was macht denn ein Freund aus? Und wenn ich einen Freund auf Instagram blocke, dann ist er vielleicht nicht mehr mein Freund. Ja. Der Mensch ist nicht so rational, wie du das gerade beschrieben hast. Wir müssen gucken, wie wir über Menschen sprechen und was macht ein Freund zum Freund. Wichtige Frage. Auch in unserer Beziehung. Ist es ja so, dass wir hin und wieder Rivalität, ein bisschen Rivalität haben. Jeder Freund, den ich durch dich kenne, findet mich ein bisschen assi und dumm. Ich weiß nicht, wieso. Aber meinst du, weil ich das droppe? Keine Ahnung. Aber Freunde von Benni, Priming, findet ihr mich neutral? Findet ihr mich cool? Oder ein bisschen assi und dumm? Und da könnt ihr ja jetzt mal drüber, könnt ihr ja mal dem Benni schreiben. Ein bisschen assi und dumm finde ich ihn schon. Und dann ist ja die Frage, macht dich das jetzt zum total schlechten Bruder und will ich dich canceln oder sonst irgendwas? Oder, keine Ahnung, mache ich das auch über dich? Ja? Oder, gibt es Umstände, warum ich ja wirklich ultra dumm und assi bin? Aus deiner Perspektive? Vielleicht ja, vielleicht ne. Und deswegen, vielleicht ist einfach der Anspruch, das ist vielleicht, das ist vielleicht die gute Antwort, vielleicht ist der Anspruch einfach sehr, sehr hoch an andere Menschen. Also ich kenne, ich habe auch eine Freundin zum Beispiel und die hat einen ultra großen Anspruch an Freunde. Die hat auch keinen. Ja? Also oder kaum ein Freund, weil die so hohe Ansprüche hat und bevor man, und das finde ich, ist auch ein, also in der Persönlichkeitsentwicklung geht es immer darum, die fünf wichtigsten Menschen in deiner Umgebung, bla 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 bla, stimmt auch alles, aber ich sage dir jetzt mal, wer der wichtigste Mensch in deiner Umgebung ist, das bist du. Und wenn du fünf Wichser als Freunde hast, dann ist vielleicht mit dir irgendwas nicht korrekt und vielleicht solltest du erstmal ein besserer Freund sein, der dann wiederum andere Freunde anzieht. Und ich weiß zum Beispiel bei mir, dass ich auch bei bestimmten Sachen und bestimmten Freunden ein schlechterer Freund war und dann habe ich das geändert, auch durch diese ganze Geschichte und dann wurde ich auch besser behandelt. Also anstatt immer zu gucken, den cancel ich und der hat mich schlecht behandelt, ist das Schmerzhafteste da zu gucken, ja, aber habe ich, also habe ich einen Grund dazu gegeben. Ja, habe ich zum Beispiel den Typen, wo ich gerade gesagt habe, das ist ein Hohrensohn, habe ich den vielleicht mal nicht sehr wertschätzend behandelt, weil der, ja auch irgendwas mit Medien studiert hat und irgendwie sowas gemacht hat und ich mich halt so ein bisschen darüber lustig gemacht habe. Daran denkt man ja nicht so. Sondern du denkst dir, du wirst angegriffen, was bist du für ein Wichser, du musst ja mein Freund sein, der mich in allem unterstützt. Ja, wir kennen uns aber irgendwie 20 Jahre und in diesen 20 Jahren haben sich wahrscheinlich Sachen bei dem, so, genauso wie bei dir und mir. Das heißt, das ist die Antwort auf die Frage, so einfach ist das nicht, zu sagen, ein Freund soll loyal sein, toll, mich in allem unterstützen, ich gucke gar nicht auf mich, was ich für ein Freund bin, was ich für Dinge gemacht habe. Alle, die das nicht sind, sind blöd und nicht mehr meine Freunde. Ich glaube, so ganz hatte ich es auch nicht formuliert, aber ich finde das interessant, dass du das in die Richtung drehst, um das mal so zu formulieren. Ja. So, das heißt, du sagst, Freundschaften sind ganz viel, wie man in den Wald hereinruft, so schallt es auch wieder heraus. Und je nachdem, wie man reinruft, beziehungsweise man muss dann halt gucken, wie man reinruft. Absolut. Ja, spannend. Spannende Perspektive. Du glaubst, dass heute, also gab es, weil das gab es tendenziell so bei mir, irgendwann, dass es geswitcht ist, sozusagen. Am Anfang sagen alle, was ist das für ein blöder Otto, habt ihr gesehen, was Felix macht? Und irgendwann switcht das und so, oh, ich kenne Felix übrigens. Und dann ist es halt was Positives. Du sagst bei dir, bei deiner Firma und deiner Brand oder bei mir jetzt? Bei mir sozusagen, in allem, was ich so gemacht habe, immer wenn ich was Neues gemacht habe, gibt es erstmal Shit von allen und ironischerweise wirklich von allen. Dann wird das erfolgreich und dann sagen alle, hey, cool, ich kenne den. Ja. Wann war der Punkt? Also, nicht zu 100 Prozent so, nicht zu 100 Prozent. Also, es gibt, was soll ich darauf antworten? Also, da muss ich ja tausend Sachen, die, glaube ich, für alle langweilig sind. Ja, aber gab es so einen, dass du so sagst, hey, ich habe tendenziell von, du hast ja gesagt, mehr oder weniger von allen früher Shit bekommen, als du deine Kanäle neu gebaut hast. dann gab es aber auch irgendwann einen Punkt, wo Leute gesagt haben, hey, kannst du mir mal einen Gefallen tun und verlinke mich mal und ey, wie cool, guck mal, kann ich ein Selfie mit dir machen? Also, richtig, dass ich, dass ich nicht mehr, dass es in meinem Kopf anders ist als zwei Wochen seit der Hochzeit. Ja, also so lange hat es gedauert. Dazwischen kamen immer mal Leute, die dann einen Fame wollen. Also, auch alte Freunde zum Beispiel, kam mal einen Arzt zu mir und poste meins. Ich habe gesagt, nee, sorry, mache ich nicht. Dann hat er gesagt, ich dachte, wir sind Freunde. Das gab es auch. Aber auch kein richtiger Freund, kein Bro, ein Studienkollege. Und, ja, also, das kann ich bestätigen. Es gibt aber auch noch dann das andere Problem. das ist dann die, die Moralität. Ich weiß ja gar nicht, was die Leute dann wirklich sagen. Aber, wenn du dich nicht weiterentwickelst, wenn du nicht mehr Kohle verdienst, wenn du nicht netter bist, nicht entwickelst, nicht cooler wirst, nicht mehr Freunde kriegst, nicht irgendwie cooler wohnst, nicht mehr für die Umwelt tust, nicht mehr für die Umgebung. Also, du bist einfach so, wie du bist und du siehst, dass andere erfolgreich sind oder irgendwie, irgendwie sich ändern. Dann kannst du immer noch sagen, die Moralkeule, ich könnte das ja auch, aber ich würde das nicht machen, weil das ist moralisch so schlecht. Aber warum, warum, was ist jetzt genau moralisch schlecht? Was ich mache? Ja. Ich will mich nicht ständig in irgendwelche Hater hinein, also es wird immer gefragt, jetzt muss ich überlegen, was bei mir moralisch schlecht ist. Ja. Ach, ich denke gerade an eine Geschichte, ich hatte mal eine Kooperation mit so einem Kiefer-Authropädie-Dings von Dr. Smile, hab da mit einem Zahnarzt drüber gesprochen und wollte dann darauf hinaus, dass er nur ethische Sachen macht und das ist eigentlich, weil alles, was ich mache, eigentlich doof ist, sag ich jetzt mal. Und ich habe die Kooperation noch gar nicht gemacht oder so. Aber da ist mir, da kam es mir so vor, dass das halt dann die moralische Keule ist. Vielleicht mal was ganz anderes, bei mir ist es ein bisschen komplizierter, wenn jetzt jemand, der Single ist, eine Beziehung hat. Und dann kann auch der Freund sagen, ich könnte ja auch einen Partner kriegen, aber ich will mir da selbst treu bleiben. Du veränderst dich jetzt und so, das finde ich ja moralisch scheiße. Das ist so der Punkt, weißt du? Wenn du jetzt reich wirst, du wirst jetzt fucking Milliardär und du machst das auf eine Art und Weise, also dann guckt man sich die Art und Weise an und sagt, das ist ja unmoralisch, keine Ahnung. Ich arbeite ja nicht im Krankenhaus, nicht an dem Patienten selber. Das ist das, tatsächlich komischerweise, wird das gar nicht so gehatet, wie ich eigentlich immer dachte, dass das gehatet wird. Weil es jetzt immer auch immer mehr machen und die Erfahrung mit Ärzten leider persönlich auch nicht mehr so gut ist. Also ich glaube tatsächlich, dass wir auch von einem Branding-Verfall sprechen, was viele alte Berufe angeht. Irgendwie vor 30 Jahren war der Lehrer irgendwie der krasseste und der Pastor. Oh wow, ja. Das war dir glaube ich ein bisschen anders. Vor zehn Jahren war der Arzt der krasseste. Und ich glaube, das fällt jetzt langsam. Dass Ärzte und Anwälte, irgendwie Notare, die irgendwas vorlesen, ob das jetzt irgendwie, so, aber sorry, ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht alles, habe wieder die Frage vergessen mit der Moralität. Mit der Moral. Bei der korrekten Grammatik bleiben, wenn ich mir das wünsche. Es ist so unglaublich heiß hier. Ich saufe schon die ganze Zeit, aber mein Hirn kriegt einfach nicht genug Flüssigkeit. Da siehst du, wie schwer ich es jeden Tag habe. Und du sagst hier, kein Podcast für Jammerlappen, warum hast du mich dann eingeladen? Ja, gut, das stimmt natürlich. Hiermit werfe ich dich wieder raus, aus meinem Haus hier. Hat das nicht jemand bei dir auch schon mal gemacht, irgendwie mit Baby tragen oder deiner Firma und hat gesagt, hey, du bist jetzt erfolgreich, aber keine Ahnung, du produzierst in China oder du produzierst da und da und das ist aber jetzt falsch. Ich würde das ja nicht machen. Ich meine, ich habe zwar keine Kohle und mache überhaupt nichts, melde mich irgendwie als Beamter jeden Tag krank und leiste überhaupt keinen Beitrag, aber ich könnte das machen, was du machst, aber moralisch ist das, falsch und deswegen hate ich dich, auch wenn du irgendwie dafür verantwortlich bist, dass ganz viele Babys irgendwie, also das blendet man dann aus. Das meinte ich auf die Antwort. Das ist eine gute Frage. Vielleicht sagt mir das mal jemand, aber ich lese halt die ganzen Kommentare nicht mehr und das ist für meine mentale Gesundheit ganz, ganz erheblich gut und deswegen kriege ich da relativ wenig von mit. Also ich finde bestimmt den Hater und nicht den, sondern die Hater, aber ich bin so insgesamt ganz zufrieden und ich glaube auch, dass wenn man sich zu viel mit diesen Kommentaren umgibt und die aufnimmt, ja, das macht einen nicht glücklicher. Nö. Ich bin ja das beste Beispiel, das mache ich sehr, sehr schlecht. Also ich nehme das noch viel zu sehr zu Herzen und mittlerweile ist es ja auch so, dass es Leute gibt, die gegen mich Videos machen. Das ist so ganz verrückt. Also sehr selten tatsächlich und die sind auch sehr schlecht. Aber ist jetzt ein paar Mal passiert und das liegt halt daran, dass man mit Social Media jetzt unglaublich viel Geld verdienen kann und auch Mediziner. Und als wir angefangen haben, wir, sage ich jetzt alle, Berufsinfluencer, Anwalt, Steuerberater, Karrierecoach und so weiter, da haben wir das alle auch Spaß gemacht. Also klar, also nicht monetarisiert. Und ich würde es auch immer noch machen, wenn ich kein Cash dafür verdienen würde. Also du kriegst ja auch nichts Direktes durch Follower bei Insta oder TikTok. Da gibt es kein Geld für. Du kannst ja nur Geld, also über Kooperation und so weiter, aber für einen Post, den ich jetzt mache, hey, ist ein Apfel, kriege ich kein Geld. So egal, wie viral der geht. Das ist ja eher dann Marketing für andere Sachen. Und im Rap-Game oder bei Nahrungsergänzungsmitteln oder so, da ist das ganz normal, dass wenn jemand deinen, also Konkur, sich den großen Kuchen mit dir teilen will, dass er dich dann anbieft. Und das war halt nicht so. Und jetzt wird es halt immer toxischer, weil mittlerweile klar ist, wie viel Geld da drin liegt. Und jetzt kommen Leute und wollen halt was vom Kuchen. Und was ist das Beste, um Reichweite abzubauen? Was ist das Beste? Reich, genau. Du machst Leute fertig, die größer sind als du. Du gehst zu jemandem hin und sagst, der labert scheiße, denn der ist moralisch, also gar nicht moralisch, sondern der hat da eine falsche Information gegeben und ich sag euch jetzt, wie das richtig ist. Positionierst du dich natürlich da noch drüber. Das haben wirklich nur, also die haben das so schlecht gemacht und die haben es vor allen Dingen auch so dreist gemacht. Also einer, bei einem weiß ich es auf jeden Fall, bei den anderen finde ich das auch noch raus, hat so eine Story gemacht und hat was erzählt, was ich gesagt habe, aber hat ein Strohmann-Argument verwendet. Kennst du das Strohmann-Argument? Nee. Wenn ich, ich habe gesagt irgendwie, ich finde Veganer, vegane Ernährung finde ich sympathisch, denn Veganer beschäftigen sich mit der Ernährung. These ist ja klar. Jetzt sagst du Felix, du hast ja gesagt, dass Fleisch essen schlecht ist und ungesund. Habe ich ja nicht gesagt, das ist ein Strohmann-Argument und ich musste jetzt irgendwie argumentieren gegen ein Argument, was ich nicht gesagt habe und das ist so ein ganz beliebter Trick. Also Tutorial von euch, wenn ihr jemanden fertig machen wollt, dann sagt einfach, der hat irgendwas gesagt, was er nicht gesagt hat oder bringt das in einen falschen Zusammenhang. Das ist dann das Schlimmste, wenn du ... Wie führe ich ein toxisches Leben bei Felix? Genau, so baust du Reichweite auf. Nimm was, was stimmt und dann mach aber ein paar Lügen rein und so. Und ich will jetzt eigentlich auch die Idee so albern. Ich habe ja viele ein Videos gemacht und wenn jetzt jemand das so exposed, dann müssen wir unbedingt gleich noch über meine Ängste sprechen mit Exposen. Das wird dann, glaube ich, ein bisschen spannender, als das jetzt kommt. Aber sagt jemand sowas wie, er hat gesagt, Fleisch essen ist irgendwie ungesund und hat da einen medizinischen Fehler gemacht. Erwartet der dann, dass ich jetzt ein Hurensohn bin, weil ich einen Fehler gemacht habe und alle sagen, wir glauben dem Doc Felix nie wieder? Also das ist ja manchmal so die Idee. Wir sprechen dem seine komplette Expertise ab, weil der einen Fehler gemacht hat. Manchmal passiert das ja tatsächlich. Das finde ich dann so verrückt. Und ich hatte noch gestern, hat mir jemand geschrieben, hey, du hast da einen Fehler gemacht bei der Keto-Diät. Da habe ich gesagt, dann schreib doch einen Kommentar und ich fixiere den. Also es war noch nicht mal ein Fehler, es war unvollständig von mir. Und da war die Kritik vollkommen berechtigt. Also wenn ich mir, oder ich habe einen medizinischen Fehler gemacht, einmal mit Kalorien, da habe ich einfach falsche Kalorien hingeschrieben, beziehungsweise im Video gesagt. Video war deswegen komplett wertlos, ist aber immer noch. Dann schreibt halt jemand darunter, das ist irgendwie falsche Kalorien. Alles okay. Jeder macht Fehler. Aber so hat das zum Beispiel ein Hater gemacht, das war Arzt gewesen. Ja, und der hat dann halt aber erstmal, was war auch noch die Strategie, der hat gesagt, es gibt ein anderes, ich will dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit, es gibt Ärzte auf Instagram, es sind Ärzte auf Instagram, der hat 300 Abonnenten oder so, das war komplett lächerlich. Nicht, dass das schlecht ist, irgendwie wenig Abonnenten zu haben, aber der hat halt wenige Reichweite und du bist weniger relevant, das ist halt so. Der hat erstmal gesagt, es gibt irgendwie gute Ärzte, dann bist du schon mal kein Hater, immer was Gutes sagen, aber da gibt es einen, der macht nur Show und die Beiträge sind schlecht und der hat das und das gesagt und hat dann Strom an Argumente und so weiter. Wie groß sind die anderen, die er gelobt hat im Vergleich zu dir? Genauso groß oder ein bisschen kleiner, aber ganz spezifisch. Ich bin ja der Arzt für alles. Wenn du jetzt einen Gynäkologen oder einen Urologen oder so angreifst, der fischt ja nicht in deinem Markt. Das heißt, ich wäre theoretisch ja von jedem angegriffen, weil ich der allgemeine Dude bin. Ja, ist ein Apfel, das ist quasi in allen Fachbereichen relevant. Und da hat er halt gesagt, hat Strom ein Argument gegeben, hat Sachen falsch wiedergegeben, die ich gesagt habe, hat das in schlechten Zusammenhang gepackt und dann hat er lustigerweise noch was bestätigt, was ich in dem veganen Video gesagt habe, nämlich Ärzte beschäftigen sich nicht mit der Ernährung oder viele Ärzte natürlich. Ich habe da alle über einen Kamm geschert, glaube ich. Das ist natürlich nicht richtig, aber in dem Format mache ich das halt immer. Das ist halt kein neutrales Format, was ich da mache. Und der hat gesagt, ja, ich bin ja Arzt und kein Ernährungsexperte, aber ich glaube halt irgendwie, nicht zu viel von jemandem, nicht zu viel von alles und dann ist Fleisch bestimmt auch kein Problem. Der hat wirklich nur gesagt, ich habe ja auch keine Ahnung, hat mir da Recht gegeben mit meiner Kritik, hat gelogen, was ich gesagt habe, hat gesagt, meine Beiträge sind schlecht und jetzt kommt das Witzigste überhaupt. Ich habe geguckt, der hat mir eine Nachricht geschrieben vor einem Monat. Hey Felix, du machst tolle Beiträge. Bitte like oder poste meinen Beitrag. Und dann hat er mich in seiner Hate-Story verlinkt und der war so dreist, dass er das noch nicht mal gelöscht hat, seine Nachricht. Und da war er dann gesagt hat, das ist ein Arzt, der eine Show macht und tolle Beiträge. Und ich habe heute geguckt, jetzt hat er die Nachricht gelöscht. Das habe ich ein paar Mal mitbekommen, dass Leute, die wollen halt als erstes was von meinem Kuchen und sagen, hilf mir bitte, du machst das alles ganz, ganz toll. Und ich bin auch so dankbar, dass meine Community so geil ist und dass sie jetzt nicht erwarten, dass ich zu allem ein Statement mache oder so. Also soll ich jetzt wirklich zu dieser Geschichte ein Statement machen? Und ich könnte den ja zerstören. Ich könnte den ja, also ich könnte den ja... Hätte halt 1.000, 2.000, 3.000 Follower mehr, wenn du ihn zerstören würdest. So, aber ich könnte ihn ja... Ich habe recht in diesem Moment. Also ich habe auf neutrale, also man kann natürlich nicht sagen, aber jeder wäre oder 83% wäre da auf meiner Seite und wüsste, der Typ macht dich nur fertig wegen Reichweite. Entweder findet er deine Beiträge geil und das triggert ihn oder er findet ihn scheiß und er wollte dir den hinterkriechen. Beides widerlich. Dann hat er noch was, also so. Und ich reagiere natürlich nicht auf diese Sachen. Außer jetzt. Ja, jetzt das... Guck mal, ich gebe mir Mühe, in deinem Podcast irgendwas Exklusives zu machen. Ich meine das gar nicht böse, Fiete. Ich meine, deinen Podcast zu pimpen und dann sagst du ihm mal, dass es schlecht ist. Das sage ich doch. Ich sage dir mal nicht, dass es schlecht ist. Ich will doch jetzt dir Informationen geben, dass Leute sich das anhören und die nur hier kriegen. So. Und was wollte ich jetzt nochmal sagen? Hate, ja, das... Ach genau. Das ist halt erst seit zwei Monaten oder so. Seitdem ist das ein bisschen toxischer. Seitdem immer mehr Ärzte da sind, die was vom Kuchen abhaben wollen. Und dann ist halt diese Strategie, du machst jemanden fertig. Problem ist halt an der Sache, Social Media, abgesehen von irgendwelchen Fake-Influencern, ist etwas, wo du mit Authentizität einfach weit kommst. Du kannst dich nicht verstellen. Also nicht auf lange Sicht, wie viel Klima hat das geschafft. Ja, aber du kannst dich nicht... Und wenn du nur da... das machst, um Geld zu verdienen oder einen sekundären Zweck hast, das ist ja das, was du im Prinzip ja am Anfang hier... du machst es nur für dich, du Hurensohn. Das habe ich auch nicht gesagt. Strohmann-Argument. Jetzt musst du dagegen argumentieren, dass du es nicht gesagt hast oder so. Ich liebe das, was ich mache. Ich würde es doch ohne Geld machen. Die anderen aber nicht. Die machen das, um Fame zu werden, um Reichweite zu kriegen oder weil die nicht im Krankenhaus arbeiten wollen. Machen dann anderen fertig, aber wollen ja genau... Die wollen ja an meine Position. Und ich sage das jetzt so lächerlich, aber eigentlich macht man ja schon fertig, weil ich will ja niemandem was Böses. Das hat sich halt so entwickelt. Ich habe ja... Ich habe auch ganz viele medizinische Kollegen, die auch groß sind und total cool. Da gibt es... Also es gab keine Konkurrenz. Das kommt jetzt von unten und das fuckt mich ein bisschen ab, dass es jetzt so ist wie ein Rap-Game oder ein Nahrungsergänzungsmittel, dass sie so toxisch ist. Und ich finde das Bild ganz gut. Das ist alles ein Fußballspiel und der, der den Ball hat, wird halt angegriffen. So, und das wäre halt jetzt... Ich kann ja nicht sagen, hey, ich habe den Ball und ich habe da die krassesten Deals und ich glaube, ich stifte auch einen großen Wert für die Leute. Da kriege ich natürlich ganz viel zurück. Das will natürlich auch ein Arzt. Ich würde sogar so einen Huren, so einen Arzt, das gar nicht absprechen, dass der auch einen großen Wert stiften will und nicht nur Geld für seine Patienten. Aber der will das ja machen. Der will ja nicht, dass es ein anderer macht. So, das ist beides miteinander verbunden, was ich dir gerade gesagt habe. Der will ja nicht, dass ich einen Wert für seine Patienten stifte, sondern der will das selber machen. Das heißt, ich unterstelle solchen Leuten noch nicht mal, dass die nur Geld verdienen wollen oder so. Aber du willst das ja auch selber machen. Genau. Ich will es ja auch selber machen. Aber ich habe nicht das Mindset, dass es ein anderer macht und der mir dann irgendwas wegnimmt. Ich versuche da einfach, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe mir halt damals, war Dr. Mike für mich eine Rieseninspiration. Der ähnlich aussieht wie... Ich wollte gerade sagen, der selbst für mich als Bruder, der ist mir vorgeschlagen worden. Und ich dachte mir, ist das jetzt mein Bruder oder ist das Dr. Mike? Und ich war so, wow. Das hat Vor- und Nachteile. Also Nachteil ist halt, du willst ja selber ein Original sein und ich sehe halt aus wie ein Plagiat von ihm. Deswegen hast du deine Gene so ingeniert, dass du auch ein richtig schönes Plagiat sein kannst. Ja. Die Sache ist, aber er war halt auch eine Inspiration für mich. Ich habe das bei ihm gesehen, was er macht. Ich dachte, das kann ich auch machen. Und halt auf eine andere Art und Weise und so weiter. Und auch genug Wert stiften, weil wenn du einfach nur was plagierst, das funktioniert dann nicht. Deswegen, der hat vollkommen zu Recht seine Rolle als Global Player. Und deswegen bin ich da dankbar. Klar, es gibt immer so ein paar Nachteile. Du willst ja selber eigentlich das in das Original sein. Aber ich missgönne ihm ja nichts. Also ich könnte ihn jetzt ja auch angreifen und gucken, was macht der für Fehler oder so. Das ist meistens nicht die Art. Ich glaube auch nicht, dass das ein Elon gemacht hat. Er hat doch nicht gesagt, oh, Nissan baut so schlechte Elektromotoren, kauft mein Tesla. Er hat sich überlegt, wie bauen wir das geilste Elektroauto, was es gibt. Und komischerweise ist ja niemand vorher auf die Idee gekommen, dass man auch gute, umweltfreundliche Sachen machen kann, sondern das ist halt für die Ökos, denen das sowieso scheißegal ist. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, aber sorry, wir wollten noch über was reden. Über Mädels auf Instagram. Also das fand ich jetzt beim Gucken. Du wolltest Mädels auf Instagram und beziehungsweise, was heißt, du wolltest, ich wollte. Ja, will ich eigentlich nicht, aber können wir machen, wenn du willst. Ja, hast du noch sonst noch was, über was du sprechen willst? Ich will mal über Ängste sprechen. Über Ängste? Ja. Aber vor was hast du Angst, Fiete? Eigentlich auch über deine Ängste. Über meine Ängste, ja, grill mich. Wärst du nicht der Erste, der das versucht? Aber ich gebe jetzt mal so einen Vertrauensvorschuss. Manchmal ist es, Du gibst mir einen Vertrauensvorschuss. Okay. Manchmal ist es besser für die Vibes, gerade bei Männern, weil wir sind ja nicht emotional, wir glaube ich schon sowieso nicht. Ja, und kannst auch gerne was dazu sagen gleich, das ist meine These. Danke. Es hilft manchmal dem einen Mann, wenn der eine sagt, ich habe Angst davor und mir geht schlecht, dann muss der andere kann auch sagen, also ist es für den leichter dann das auch zuzugeben, bevor er Angst hat. Deswegen fange ich kurz mal an. Meine größte Angst ist, dass ich exposed werde. Das halt, und da lustigerweise hat da jeder Instagrammer vor Angst. Manchen ist das passiert, manchen mit Dingen, die öffentlich sind, die dann so aufbereitet wurden, dass sie irgendwie fies darstellen. Manchen aber auch, wie für ein Klima, der wirklich irgendwie kriminell war. Ja, und das ist halt schwierig. Also meine Angst ist, dass ich halt exposed werde. Was heißt das für dich? Dass halt aufgedeckt wird, dass ich mit Krankenkassen arbeite, dass ich mit der Pharmaindustrie arbeite, dass ich mit der Regierung arbeite und das tue ich alles. Ja, und deswegen habe ich, und dass ich nicht im Krankenhaus arbeite. Deswegen spreche ich auch immer wieder darüber, weil ich denke, wenn ich das sage, also was soll denn da so exposed werden? Ich hatte auch, das kommt jetzt dazu, ich hatte auch ein Interview, das war so lächerlich, da ging es um Pharmakooperationen und du musst wissen, Pharma ist ganz krass reglementiert, vor allen Dingen Arzt und Werbung und Pharma. Das ist eigentlich so gut wie kaum möglich. Es gibt so ein ganz schmaler Grad, zum Beispiel, ich darf keine Medikamente bewerben oder irgendwas darüber sagen, ich darf im Prinzip eigentlich nur was zu einer Krankheit sagen. Das heißt Awareness Disease Kampagnen und ich hatte ein Interview und mir wurde vorgeworfen und jeder, der meinen Kanal kennt, wird jetzt mein Lachen verstehen. Mir wurde im Prinzip vorgeworfen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Pharmaindustrie mehr Medikamente verkauft an Patienten. Und jetzt kann man sich ja überlegen, ob ich der Arzt bin, der sagt, ist ein Abwürdig. Ja, relativ Quatsch, verstehe ich. So, und da fragt man sich, was müssen, was müssen für Chromosomen, also wie kommt man auf so ein Bullshit? Ja, also klar, ich kooperiere hin und wieder mit Pharma, aber dann bei so Disease Awareness Kampagnen, die kann man auch kritisch sehen. Ja, man kann sagen, hey, manchmal bringt ja die Pharma dann ein Medikament zeitgleich raus und so weiter und die erhoffen sich irgendeine Form von Umsatz oder sonst irgendwas. Ehrlich, aber ich glaube, das ist noch nicht mal. Bei denen ist viel mehr Branding, die hat einen ganz schlechten Ruf und die wollen halt vielleicht auch mal wirklich was Positives machen. Wir haben ja so ein böses Feindbild und aber es ist halt so lächerlich, dass man mir vorwirft, der sagt, kümmert euch um eure Ernährung, um eure mentale Gesundheit, um Stress, um Schlaf und bewegt euch bitte, dass man mir dann vorwirft, dass ich Medikamente verkaufe, weil ein Pharmaunternehmen einen Beitrag von mir sponsert, wo ich über seltene Krankheiten zum Beispiel rede. Ja, oder? Verstehe ich, verstehe ich. dass du potenziell der schlechteste Adressat bist für die Botschaft, Ärzte bringen Medikamente im Umlauf, weil du bringst ja faktisch selbst an den Patienten Null in den Umlauf. So, Null ist relativ wenig. Da bist du tendenziell der schlechteste Arzt, weil die allerallermeisten Ärzte, Klammer auf, alle anderen Ärzte, jeder Arzt, der aktiv tätig ist im Krankenhaus und sonst wo, bringt Medikamente in den Umlauf und da kann man sich immer fragen, könnten es nicht vielleicht auch weniger sein oder vielleicht auch günstigere. Es gibt so einen Arzt, der sagt, könnte es nicht vielleicht ein bisschen weniger sein und gibt es noch andere Tools, die wir als Arzt haben, außer Medikamente und Chirurgie und der Arzt ist halt hier. Und wenn du dich aber als Journalist so wenig mit deinem Kontrahenten beschäftigst und nur auf das Thema Awareness-Disease-Kampagnen gehst, dann machst du dich selbst als Journalist natürlich zu einer absoluten Lachnummer und du machst dich nur nicht zu einer Lachnummer, weil du keine Reichweite hast. Ja, verstehe ich, aber selbst wenn du was logisch Inkonsistentes sagst und es einen Feind trifft, den alle als Feind sehen, wie zum Beispiel die Pharmaindustrie, dann ist das erstmal für die meisten okay, weil der Pharmaindustrie, Ärzte, alles irgendwie schlecht, dass das in deinem Zusammenhang nicht passt, safe. Was ich aber tatsächlich relativ kritisch sehe, sind halt so Awareness-Disease-Kampagnen, weil in dem Moment, weil du bist ja tatsächlich öffentliche Figur und hast ein, wie du es auch am Anfang gesagt hast, Influencer-Position. Das heißt, Leute vertrauen dir in medizinischen Entscheidungen. Und wenn es jetzt einen Geldfluss gibt von Leuten, die Medikamente verkaufen, an dich hast du selbstverständlich einen Bias, wenn du halt über, keine Ahnung, nimm mal jetzt mal Impfung zum Beispiel, das ist jetzt aktuell ja kein Thema mehr, aber ich habe eine Anfrage. Ist wieder ein Thema, okay. Aber nicht von der Pharma, sondern von der Regierung. Okay, aber ist ja egal, ob es Pharma oder es gibt auf jeden Fall Interessen, die nicht klar sind. Ob das jetzt, es gibt ein Interesse, sei es von der Bundesregierung oder sei es von einem Pharmaunternehmen, beispielsweise zu impfen und da ist ja die Frage, die Impfkampagnen, die gemacht haben, sind ziemlich daneben gegangen. Ja, das stimmt. Ist die Frage, hätte das vielleicht eine Art besser gemacht? Oder war es sinnvoll, irgendwelche Influencer, die überhaupt keine Medizinkennnisse haben, einfach in den Raum zu drängen und zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil, und sich dann über Leute lustig zu machen. Das ist ja der beste Beweis von dir. Hätten die doch den ganzen Ärzten, Medfluencer das Geld gegeben und hätten gesagt, wir produzieren das geil, wir schreiben geile Skripte und wie macht ihr das denn? Also mich hat die Regierung, die hat mich ja angerufen, also das heißt, es war schon die Regierung, ich glaube, ich bin Absender schon, in der Bundesregierung in Deutschland steht und hat halt, wollte halt was total Dummes von mir und ich habe gesagt, so Leute, ich will kein Geld von euch, ich berate euch kostenlos in Sachen Social Media. Aber das waren so arrogante Wichser, dass die, die dachten ja, das ist besser, dass die es besser wissen. Leute denken ja, die könnten, die nicht Influencer sind oder Content Creator, die können das theoretisch besser, weil sie es nicht machen. Das ist ja, du kannst ja immer alles sehr, sehr besser, bis du es halt machst. Und die wollte ich gratis beraten, dass das nicht passiert. Deswegen habe ich mir da einen abgelacht. Ich war ein bisschen moralisch traurig, weil es hat mit Sicherheit der Impfbereitschaft der Menschen sehr geschadet. Aber ich habe mir da wirklich einen abgelacht, weil ich dachte, ich habe es euch doch sogar gratis geboten. Was soll das denn? Und auch deine andere Frage, das Problem, was du ja ansprichst, ist, man ist gebeist, weil man Geld kriegt. Klar. Bestimmt, bestimmt zum Teil. Jetzt ist die Frage, was ich darauf entgegne, kann man, auch wenn man Geld für etwas kriegt, authentisch und ehrlich über etwas berichten? Kann man das ja oder nein? Und ich glaube ja. Und das Problem, also hat mir auch ein Professor mir dann gesagt, ja, aber selbst wenn du was geschenkt bekommst oder wenn jemand nur nett ist, dann hast du ja dieses innere Gefühl, dass du dann so, das stimmt natürlich, wenn Leute nett zu mir sind, Geld fließt oder so, dann möchtest du ja auch deren Erwartungen erfüllen. Also du hast vollkommen recht, da gibt es ein Bias. Aber Geld ist nur ein Bias. Und der Grund, warum Geld da verboten ist oder in vielen Sachen verboten ist, ist, dass man das so einfach nachverfolgen kann. Das ist ja der springende Punkt, weil ich wurde zum Beispiel letztens zu einer Filmpremiere eingeladen und der Film war richtig scheiße. Und ich habe mich so ein bisschen rumgedrückt, weil eigentlich hätte ich danach sagen müssen, dass der Film voll toll war. By the way, es war nicht erholt, sondern es war ein sehr, sehr erfolgreicher Film. Aber ich wurde halt eingeladen. Ich wurde eingeladen von einer Freundin, die da arbeitet. Die hat sich voll viel Mühe gegeben. Das Event war cool. Der Film war nur scheiße. Und selbstverständlich wollte ich nichts Schlechtes darüber sagen. Das ist ja der Bias, der dann entsteht. Ja, also den gebe ich ganz offen zu. Aber Geld ist ja nur ein Faktor. Also dafür habe ich zum Beispiel nichts bekommen. Ich habe es dann auch nicht gesagt. Ja, aber auch da hätte ich die Kritik ein bisschen weniger gemacht. Jetzt ist es so bei dieser Geschichte, ich würde ja gar nicht antreten für ein Produkt, wo ich nicht hinterstehe oder so, was halt scheiße ist oder so. Ja, ich würde ja nur antreten, vor allen Dingen, es geht bei der Pharma-Geschichte, geht es auch nicht um die Medikamente, die dürfte ich noch nicht mal nennen. Sondern es geht ja nur darum, dass du Awareness gibst, dass du halt Social Media nutzt für eine Krankheit. Und die Frage ist ja, kann es auch neutral passieren oder ist man da so gebiest, dass es immer gelogen ist oder so. Und ich finde, wenn ich, das heißt, also die Hörer sollen bitte immer kritisch sein, vor allen Dingen, wenn das auch andere Influencer machen, die nicht Ärzte sind. Weil ich bin, schau mal, ich habe was mit Pfizer gemacht, musste ich jedes Wort, ich glaube, das darf ich sagen, da musste ich jedes Wort vom Teleprompt, da habe ich noch angeboten, zu sagen. Und ich habe irgendwie einmal ein bisschen improvisiert und dann musste ich aber genau das nochmal neu aufnehmen. Und das ist so, so reglementiert, weil die Pharmaindustrie halt in den letzten 50 Jahren so viel Scheiße gebaut hat, dass jetzt der Compliance-Code so hoch ist, dass das die besten und einfachsten und sichersten Kooperationen sind. Weil, wenn ich jetzt Werbung für CBD mache oder Nahrungsergänzungsmittel, dann kann ich im Prinzip wollen, dann das alle sagen, hey, du bist doch Arzt, sag doch einfach, die haben Krebs. Oder, also das ist jetzt ein krasses Beispiel. Pharma würde das niemals machen, die werden sofort abgemahnt, Shitstorm und, 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 und. Die sind so vorsichtig und deswegen ist es halt so, also, wenn man sich in mich hineinversetzt, kann ich das Problem nur zu einem gewissen Prozentsatz teilen. Anders sehe ich es vielleicht, also gerade, weil dann wird gesagt, Ärzte sollten das nicht machen. Ja, wer denn da? Sollen das die Schmink empfehlen? Nee, das sage ich überhaupt nicht. Nee, nee, das sagen andere, das sagen lustigerweise auch Ärzte. Ja, was wäre denn gewesen, hätte man die, die Impfkampagne von Ärzten machen lassen, die mit den, die die Ängste der Patienten ernst nehmen, die die verstehen. Ja, das wäre doch ganz anders gewesen. Und, also ich sehe die Probleme absolut, ich sehe das auch sehr kritisch, ich habe die aber jetzt versucht, meine Perspektive da zu legen, zu, also worüber reden wir? Ich habe vier Jahre Social Media gemacht, bisher hatte ich drei Pharmakorps, also eine pro Jahr, ja, und, also, wenn ich jeden Tag zirka ein Video veröffentliche, kannst du dir ja überlegen. Ja, aber die Frage ist halt, was bringt so eine Pharmakorp und, An Cash? Ja. Ja. Das kann ich natürlich hier nicht sagen. Ja, aber die bringt ja nicht 200 Euro, sondern die ist ja deutlich attraktiver. Ja, also, ja, das stimmt natürlich, aber im Vergleich zu meinem Jahresgehalt, einstelliger Bereich, glaube ich, das kann ich sagen. Oder, das stelle ich, keine Ahnung. Einstelliger, was Bereich? Okay, nee, sorry, ich nehme alles nur ein, ich wäre nicht, dass du nachher bist. Ein kleines, okay, also ein kleiner Teil deins. also, deswegen, es stand auch im Artikel, so nach dem Motto, man darf sich nicht abhängig machen, von Pharma, finde ich überhaupt nicht. Und nochmal, oder nicht nochmal, sondern ich sage es nochmal, Influencer oder Content Creator, die rechtfertigen dann, das immer mit, das Video ist so teuer und das Equipment und die Leute und so, das stimmt auch, aber eigentlich, also, du hast mich gefragt, Felix, welche Kamera hast du? Ich habe dir gesagt, wie viel die gekostet haben und du hast gesagt, was? So viel Geld will ich aber nicht ausgeben. Erzähl mir jetzt nicht, dass du, so, sonst hättest du auch nicht diese Billo-Kameras, ne, also, sorry, das habt ihr jetzt nicht gesehen, er hat nur die Mine verzogen, hat er ja nicht gesehen, so, ist ja gar nicht teuer. So, so, sorry, ich habe, als Felix gesagt hat, der Aufwand von Videoproduktion ist nicht der Grund, warum Influencer bezahlt werden, sozusagen, ein komisches Gesicht gemacht, weil am Ende des Tages haben wir anfangs drüber gesprochen, ist die Produktion gar nicht, die werden ja nicht für, für die Produktion bezahlt, sondern für den Reach und für das Vertrauen, was sie in ihrer Community aufgebaut haben. Dann guckt ihr mal das Video von Marvin Wildhager an, wie er das mit Erhol gemacht hat. Das sind ein fünfstelliger Betrag für ein Video. Aber ich wollte auf folgendes hinaus, ähm, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Zu warm, zu warm, wirklich. Das ist wirklich zu warm hier. Jammerlappen. Ähm, was wollte ich gerade noch mal sagen? Ach ja, genau. Ähm, die rechtfertigen das immer so, nach dem Motto, ach, eigentlich will ich das ja nicht. Und ich mache das ja nur, dass sich das halt finanziell trägt. Und ich sage dir jetzt mal was. Die, äh, teilweise Regierung arbeitet mit mir, Krankenkassen, Pharmaunternehmen, ähm, Berufsverbände. Ich finde das so offen geil. Ich bin so dermaßen stolz, dass ich ein ESN-Athlet bin. für eine Fitnessfirma. Du weißt ja, ich habe ja, wie viel ich trainiere und so weiter. Das finde ich unfassbar geil. Dass so eine Firma, ich, ich bin doch einer der Ersten gewesen, der gesagt hat, Social Media und Medizin funktioniert und wurde dafür verlacht. Und jetzt kommt eine Firma, die Pfizer, und sagt, du hattest recht. Und du machst das so dermaßen geil, dass wir wollen, dass du bitte den Leuten erzählst, ähm, was das Problem mit Zecken ist. So. Da sage ich doch nicht, ah, es ist ja wirklich so schwierig und eigentlich bin ich eine Hure, die nur was macht, wenn sie irgendwie Geld dafür kriegt. Sondern ich denke mir, ach du Scheiße, ist das geil. Und ich mache euch das geilste Video, was ihr je gesehen habt. So. Und ich, das ist ja auch sowas, ich bin ja, wenn ich mit all diesen verschiedenen Krankenkassen, äh, Krankenkassen, ähm, Regierung, ähm, Pharma zusammenarbeite, die haben ja alle ganz unterschiedliche Interessen. Es wird häufig so das Bild geschaffen, als Influencer brauchst du nur eine Firma. Was ist denn unauthentischer? Die haben ja alle andere Interessen und ich mache genau das, was ich machen will. Ich kann mir ja das dann aussuchen. So. Und wenn die halt sagen, äh, wir wollen das und das, dann sage ich halt nein. So. Und die Frage ist ja, uh, könntest du dann auch nein sagen? Ja. Also, ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen darstellen. Ich glaube, das können auch nicht viele nachvollziehen, dass, ähm, man viel Geld auch ablehnen kann oder so. Ich kann ja, es ist ganz egoistisch. Also, es ist ja noch nicht mal so, dass ich denke, ähm, also, worauf will ich hinaus? Wenn ich einen Fehler mache, wenn ich, und deswegen, ich habe Angst, exposed zu werden von einem Funkkanal, die halt herausfinden, dass ich keinen Doktortitel habe, den ich ja nicht habe, oder ich auch mit offen um, jetzt gehe ich immer offen damit um, oder von einem Jan Böhmermann, der sagt, boah, der hat schon mal mit Pharma zusammengearbeitet oder so, ähm, und wenn ich wirklich gravierende Fehler mache, ähm, dann bin ich weg vom Fenster. Einmal, guck dir, guck dir doch die ganzen Leute an, der Faisal war doch auch bei dir. Mhm. Der ist doch jetzt, äh, wer ist das? Sag ich jetzt mal. Ja? Äh, also, für jetzt die, die Fernsehwelt. Ich habe das alles nicht mitbekommen, aber, ähm, und ich glaube, der hat doch den Fehler gemacht und einfach nur was kommentiert, was daneben war, oder? Der hat doch, also irgendwie was inhaltlich total Schlimmes, aber er hat doch nur einen Kommentar auf Instagram geschrieben. Genau, der hat einen, tatsächlich hat er eine Kollegin supported, die einen Witz gemacht hat, dann kann man sich darüber streiten, wie ein guter, schlechter Witz war, ich weiß, das ist all appropriate, inappropriate. Aber er hat nur nur einen Kommentar geschrieben. Ich will das jetzt nicht quasi wieder aufrollen. Ja, ich will das jetzt nicht. schon mal angefangen. Und da sind, Dinge sind eskaliert sozusagen und dann ist halt die Frage, wie, was passiert in so einer Eskalation? Okay. Ich will das gar nicht gut oder schlecht finden. Ich will darauf hinaus, wenn du einen Fehler machst, dann war es das. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Pharma-Hurie wäre oder wenn ich jetzt mit einer Krankenkasse arbeite und bin da total unauthentisch und lüge, dann war es das. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber ich glaube, dass es so ist und deswegen argumentiere ich, dass ich mir das nicht leisten kann. Also Dankeschön, weil das ist ja meine größte Angst, sage ich jetzt mal, dass du sagst, du glaubst nicht, dass es so ist. Aber ich meine, es wurde jetzt ja schon probiert, das bei mir zu machen und weil ich so eine geile Community habe und weil das die Leute halt sehr, sehr schlecht gemacht haben, passiert da natürlich nichts. Aber du kannst nicht mehr, also das ist das Krasse im Game, du kannst nicht mehr, ja, guck dich Fynn Kliemann an, ja, und der hat ja wirklich, ich weiß auch nicht, ob das alles stimmt, aber wenn man dem glaubt, was ich tatsächlich auch glaube, hat der ja wirklich sehr kriminelle Sachen gemacht und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt in einem Monat wieder kommt mit, ich bin so ein Öko und habe keine Kohle. Ich habe mal nachgeguckt im Handelsregister, ich glaube, der hat sechs Holdings. Du kannst ja bei Nordstater, kannst ja gucken, sechs Holdings oder sechs GmbHs oder so und macht aber immer so ein auf, mir ist Geld egal. Das ist natürlich total unauthentisch. Ja, und da hat er, also ich will gar nicht darauf hinaus, der tut mir auch leid und wenn er zu mir kommen würde, würde ich auch ihm helfen, aber nur, dass das die Leute verstehen, wie meine Meinung dazu ist. Ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Produkt oder eine schlechte Firma unauthentisch bewerben könnte und alles so weitermachen könnte wie bisher. Ja, verstehe ich, aber ich will nur mal kurz auf den Punkt, es ist alles vorbei. Ich glaube, das ist die Frage, wie wirst du wahrgenommen, wenn du zum Beispiel für den Kliman bist und sagst, ich bin halt ein Öko und lebst davon, dass du ein Öko bist, der nicht kapitalistisch ist und dessen höchste Werte diese Ökowerte sind und dann rauskommt, das stimmt nicht, die Person, die du darstellst, bist du gar nicht, dann hast du ein Problem. Wenn jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt Chef von einer Rockerbande sozusagen und dann kommt jetzt raus, dass du was Frauenfeindliches gesagt hast, dann bist du ja nicht morgen deine Karriere vorbei. Aber schau mal, aber schau mal, das ist ein super Beispiel. Leute denken immer in Schubladen. Entweder bist du der Öko oder bist du der Businessman. Du kannst nicht der Businessman sein und dich trotzdem nachhaltig, vegan ernähren, also so denken die Menschen nicht. Das glaube ich schon. Ja, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ich kritisiere ja, dass zu viele Medikamente aus meiner Perspektive gegeben werden, dass es Tools gibt und so. Also, da kann ich vielen, da würde ich davon ausgehen, dass viele überrascht wären, zu wissen, dass ich Koops mit Pharma hatte und hoffentlich auch habe, werde. So, das ist für die, das ist aus deren Perspektive unauthentisch, weil die sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Deswegen rede ich ja immer davon. Ja, trotzdem hast du Angst, exposed zu werden, was ja ganz lustig ist. Du hast Angst davor, exposed zu werden mit Themen, die gar nicht der Exposition sozusagen bedürfen, weil die schon bekannt sind. Ja, oder dass ich halt nicht im Krankenhaus arbeite. Das ist ja, das gehört sich ja nicht. Mein Traum ist es ja, ein Gesundheitshaus zu bauen. Da bin ich ja dran. Dass ich, dass ich nicht, ich will nicht in diesem System arbeiten. Vielleicht, aber ich finde es toll, wenn das Ärzte, Ärztinnen, Pfleger und so weiter machen. Das finde ich toll. Beispiel Lehrer. Du kannst als Lehrer was ganz Tolles machen. Du kannst den Unterschied machen für viele Kinder und trotzdem bist du in einem System, was Kinder bewertet, was die zwingt, da zu sein, was den Sachen beibringt, die keine Sau braucht, wegen Lehrplan und so weiter. Jetzt gibt es Lehrer, die sagen, ey, ich mach das und es gibt Lehrer, die sagen, ich will das nicht mehr, ich will meinen Beitrag anders leisten. Und es ist letztendlich die Frage, wie in der Matrix, bist du die Batterie, die das System am Leben hält oder musst du das System sterben? Oder gehst du raus als Batterie und baust vielleicht ein Unternehmen, irgendwas anderes und leistest auch einen Beitrag in diesem Ding. Und ich bin, glaube ich, das Dritte. Ich finde manchmal, sollte das System tatsächlich auch sterben. Aber wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das muss man ja, also das Jammern, was ich mache, ist ja immer auf hohem Niveau. Ja. Aber glaubst du, ich sag mal, jetzt ist auch, hast du im Podcast nochmal gesagt, dass du mit Pharma, Regierung und Co. zusammenarbeitest. Das klingt so böse Regierung. Aber glaubst du, dass es möglich ist, dass jetzt irgendwie so ein Exposure, wie heißt das, so ein Exposition-Kanal, also ein Investigativ-Journalist sagt oder irgendein großer Influencer sagt, pass mal auf, wir exposen jetzt mal Fiete, also Doc Felix und erzählen da, was der alles für Kooperationen macht. Und dann gibt es den Shitscorm und sagst du, ja, das habe ich doch alles, ist da nachzulesen auf meinem fucking Instagram-Account. Und wo da, die Pharmako-Kooperation steht, da sind keine Ahnung, 30.000 Likes drauf. Ist jetzt nicht so, als wäre das exposed, sondern das war lange bekannt und ihr macht hier gerade künstlich Hype auf meinen … Ja, also mit deswegen. Ja, das stimmt. Aber guck dir Rezo an. Rezo sollte ja auch exposed werden. Ja, und da hat es natürlich mustergültig, wie er das gemacht hat. Wirklich weltklasse. Das ist ein cleveres Kerlchen, der Rezo. Ja. Shoutout, ne? Ja. Wirklich absolut super gemacht. Das Problem ist die Stille, ist die laute Minderheit. Das Wort so toll, laute Minderheit. Ein Shitstorm geht ja immer von 3% der Menschen aus, die am lautesten schreien. Wenn ich angucke, wie viele Leute ein TikTok-Video sehen, wie viele das liken und wie viele das kommentieren, dann haben die Unternehmen eigentlich immer Angst vor 300 Leuten. 300 Leute können die richtig schaden. Die Millionen, die das gesehen haben, also die 999.000, die gucken sich das an, denken, ja, finde ich gut, finde ich schlecht, ein paar liken das. Aber diese radikale Masse, die laute Minderheit und da habe ich so ein bisschen Schiss, das ist, glaube ich, eher was für deine anderen Verschwörungstheoretiker, Podcaster, die du hier mal einlädst. Ich will nicht sagen, die regieren, aber die haben einen sehr, sehr großen Einfluss. Und ich finde, da sollte man mal gegen was machen, gegen diese Cancel Culture. Es kann nicht sein, dass man einen Fehler macht und dann gesagt wird, wir töten dich jetzt, also auf öffentlicher Basis. Aber was macht man denn dagegen? Das weiß ich nicht. Das ist, keine Ahnung. Also, ja, man macht das, das ist im Prinzip das jetzt für die Hörer, indem man, wenn man schlau ist, kommentiert und liked. Das macht einen Weg. Liked alle diesen Beitrag. Wenn ihr schlau seid. Wenn ihr nicht schlau seid, bitte liked ihn nicht. Ach, du meinst jetzt auf YouTube. Ja, YouTube ist ja egal, welches Netzwerk. Ja, verstehe ich, aber ich glaube, es ist auch ganz viel so der Creator oder der Angegriffene selbst und da finde ich, wird sich zu viel entschuldigt. Ja. So, alle gehen halt her und wenn es irgendeinen Chitsong gibt, ja, wir wollten uns nur entschuldigen und das richtig stellen und danke für eure Meinung, so, nee, fuck you, nicht danke für deine Meinung. Ja, das meinte ich ja, mit dem, habe ich direkt am Anfang gesagt, dass ich auf einem Kanal, wo ich nicht der Admin bin, beleidigt wurde und da hat sich der, der Social Media Manager bedankt und da finde ich, müsste man mehr Kante zeigen und sagen, fuck you, also so, kein Dank und ich block dich weg, das ist hier keine, keine, kein Marktplatz, wo jede Meinung und jeder gehört wird. Wir sortieren aus, wir haben, ich meine, wir haben ja schon, Rassismus darf man, nicht äußern oder so. Das klingt jetzt so, als seist du rassistisch und fühlst sich davon gestört, dass du das nicht äußern darfst. Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast, nein, natürlich nicht. Full Disclaimer, wir haben alle lieb. Genau, wir haben alle lieb und so weiter. Ich will nur darauf hinaus, dass auch andere Sachen, nicht nur Rassismus, sondern auch andere Sachen sollten zensiert werden. Ja, also das muss man dann nicht sehen. Du musst, ich, wie gesagt, ich muss jetzt nicht sagen, hey, ich bin in deiner Wohnung und irgendwie ist die Fabio doof, keine Ahnung, warum du da keine Lampe hingebaut hast, da bauen wir halt noch die Glühbirne aus der Decke, das muss ich ja nicht sagen und das musst du nicht hören. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann lädst du mich nächstes Mal nicht mehr ein. Das heißt, in diesem Beispiel, das nächste YouTube-Video darf ich da nicht gucken, wenn ich mich hier so scheiße verhalte oder wenn du das einfach nicht möchtest. Das ist meine Meinung. Das werden die meisten anders sehen, weil die meisten können ja eher mit jemandem mitfühlen, der einen Kommentar schreibt, als jemand, der vor der Kamera steht. Das ist ein riesiges Problem, dass die meisten Leute, da aus Spider-Man, ja, noch ein Kind, es gibt ja auch Spider-Man, die Szene mit dem grünen Kobold und Spider-Man. Und Spider-Man wird ja auch vorgeworfen, dass er ein Verbrecher ist. Ja, der J. Jonah Jameson sagt, ja, das ist ein Verbrecher, ein selbsternannter Rechter. Recher. Und da sagt der grüne Kobold, ey, komm, lass uns doch zusammenarbeiten und die Leute abfacken. Und dann sagt er ganz gleich, was du für die Leute getan hast. Irgendwann hassen sie dich trotzdem. Die Leute wollen halt einen Helden sehen, jemand, der sich im Porr erhebt. Aber was die Leute viel mehr sehen wollen, ist ein Held, der scheitert, stolpert, stirbt. Klar. Ja. Das ist ja, das Bedürfnis ist da so sehr von den Leuten, dass große Influencer exposed werden. Weißt du warum? Wenn ein Elon Musk oder ein Arnold Schwarzenegger oder ein Finn Kliemann oder so, keine Ahnung, wer jetzt gerade irgendeine Rolle spielt bei den Hörern. Wenn rauskommt, dass der gelogen hat und ein schlechter Mensch ist, dann ist es doch super. Dann kannst du, dann musst du doch nicht gar, also die Leute wollen doch hören, weißt du was? Der Benni ist ein Wichser, der ist nur erfolgreich geworden, weil er irgendwie Leute abgezogen hat und irgendwelche Kinder hat arbeiten lassen über seine Taschen. Geil, jetzt kann ich mich zurücklehnen, ich muss nicht Gas geben und ich habe den entzaubert und der kann mir nichts mehr sagen und das, was der sagt, das stimmt ja nicht. Das wollen wir alle hören. statt, dass sie die Tipps und Hilfe annehmen, ist es viel einfacher. Ich habe ein Beispiel, wie die Leute ticken. Ich muss, by the way, gleich mal abhauen. Ja, also, ich muss vielleicht gleich mal mein Handy, weil ich habe einen nächsten Podcast um 16.30 Uhr, muss zurückfahren. Wie viel haben wir denn? Zehn nach drei. Ah, krass. Ja, okay. Und aber die Kollegin, das ist die Paula, kennst du, von Sexding und die hat mir zweimal abgesagt, vielleicht, da sagt sie mir jetzt wieder ab. Du bist zum Sex heute verabredet. Das ist ein Sex-Podcast. Ein Sex-Podcast. Und du hast gesagt, du möchtest nicht über Sex reden und fährst jetzt gleich in den Sex-Podcast. Ja, nicht mit dir. Ach so. Es geht halt darum, ich bin heute lieb. Also, ich bin ja immer lieb. ich will auch folgen. Das glaube ich nicht. Ja, natürlich. Ich finde es ja toll, dass du mich hier auch so positiv darstellst. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kriegt er das denn hin, dass er cooler wirkt und mich irgendwie diskreditiert und unsympathisch macht. Ja, da ist halt die Frage, ist das eine rationale Angst oder ist das vielleicht auch eine Unterscheidung? Bennys Freunde, die jetzt diesen Podcast hören, können ja überlegen, Felix ist ja eher sympathisch und cool und so oder ist er irgendwie assi und dumm? Könnt ihr einfach nur das Gefühl? So. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ich will auch folgendes Wichtiges hinaus, wie Leute ticken. Ich gebe zu 83% meiner Videos Hilfen und Tipps, die du anwenden kannst, um glücklicher zu werden. Und wenn es ist, trink Wasser oder ist ein Apfel. Ja. Und soll ich dir sagen, welche Videoreihe am krassesten performt, wo ich jetzt glaube ich über 30.000 neue Follower durch ein Video bekommen habe? Ein Format, das heißt, es kotzt mich so an. Und da mache ich einseitig, überspitzt, auf einen Missstand aufmerksam. Sowas wie das mit der veganen Ernährung oder mit Medikamenten, die ich ja by the way lustigerweise kritisiert habe. Oder zum Beispiel Frühstücksmüsli. Das ist auch sowas. Irgendwie hat die Nahrungsmittelindustrie uns geschafft, dass wir Frühstücksmüsli Kindern geben, was nur geschrotete Kekse sind. Okay, okay, okay. Bevor wir da reingehen. Also, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Nee, nee, nee. Ich will, ich will. Du willst zum Frühstücksmüsli oder willst du noch was? Nein, nein, nein. Ich will das zum anderen Sachen. Ja, also. Dann bringe ich dann mal, okay. Frühstücksmüsli böse. Gut, es ist irgendwie böse und keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind. Aber, wenn ich ein Video mache, wo ich den Leuten erkläre, wie man gesundes Müsli macht, finde ein paar cool. Aber wenn ich ein Video mache und sage, die Nahrungsmittelindustrie macht uns fertig und es kotzt mich so an, blablabla, dann geht das viral. Das heißt, die Leute wollen viel mehr sich aufregen und nichts ändern und einem anderen die Schuld geben, anstatt selber die ganzen Tipps und Hilfen, die ich gebe, anzunehmen. Und das kotzt mich tatsächlich wirklich an, weil, also jeder kann ja jederzeit sich für eine gesunde Lebensweise entscheiden. Aber wenn du der Pharmaindustrie, der Nahrungsmittelindustrie, der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, deinen Eltern oder jedem auch immer die Schuld gibst, dann ändert das in deinem Leben nichts. Und auch ein paar Marketing Insights von mir. Dieses Format läuft an einem Montag. Weißt du warum? Weil Montag alle keinen Bock haben zu arbeiten. Weil die da am abgefucktesten sind. Und das war einfach nur ein Experiment von mir. Und das, also das kotzt mich wirklich an. Also ich finde das cool, sorry, ich stehe da zu 100% hinter dem Format. Ich finde das total gut, weil es genau auf einen Missstand aufmerksam macht. Es bietet überhaupt keine Lösung. Es ist total überspitzt und einseitig. Das ist keine neutrale Berichterstattung. Also das Format in sich ist ja nicht neutral oder so, sondern es ist halt wie Satire, man in der Zeitung liest oder Karikatur oder so. Ich finde das auch hat eine Rolle und eine Berechtigung. Aber vielleicht zu 5%. 95% sollst du dich nicht über Sachen aufregen, die irgendwie andere gemacht haben oder generell aufregen, sondern zu 95% sollst du bitte meinen Content so anwenden und dass ich es Montag droppe, das sollte die Leute, die das jetzt bitte hören, also hatet mich nicht, ja, also hatet ihn schon, also hatet euch also. Also diese, diese, diese Charaktereigenschaft der, der, der Verantwortungslosigkeit, dass man dann sagt, andere sind für mein Schicksal verantwortlich und die sind böse. Das finde ich ganz, ganz doof einfach, weil selbst wenn es so ist, nutzt es dir ja nichts. Wenn du die Pharmaindustrie verantwortlich machst, dann ist es doch das Beste, was du machen kannst, sich gesund zu verhalten, dann musst du doch keine Medikamente nehmen. So, da kannst du ja die ganze Zeit sagen und die will nur Geld verdienen und das Krankenkassensystem und man, was habe ich gerade gelesen, ja, einen Gesunden verdient man nichts. Dann bleib doch gesund, aber die Leute, die mir das erzählen, die sehe ich danach mit einer Zigarette auf der Straße. Ja, und das kotzt mich an. Ich finde das toll, dass dieses Format funktioniert und ich finde das auch toll, dass das so viel Aufmerksamkeit verdient. Ich finde es, ich fände es so viel cooler, wenn auch die anderen Formate auch geschaut und auch umgesetzt werden. Ja, Moment, aber, aber, Fiete, ich glaube, da gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen so den Zahlen der Follower. Also, ich verstehe, dass es für die größere Masse attraktiv ist, wenn man Botschaften sendet, du bist nicht verantwortlich, jemand anders hat was doofes gemacht, guck mal hier, wie scheiße die anderen sind. Das ist quasi so Hartz IV TV, RTL und Co. So, und dann gibt es aber, er will nicht schlecht, dass du über diesen tollen Sender RTL Null Bias, Null Bias. Von denen habe ich kein Geld bekommen. Also, gutes Beispiel. Von RTL habe ich kein Geld bekommen. Aber gut, die geben dir halt Reichweite und eine Bühne und so. Ich habe, glaube ich, 200 Follower bekommen. Eigentlich müsste ich abgefuckt auf sie sein. Ja, ist nicht das Thema. Aber die Schwierigkeit bei diesen Analysen, sich darauf zu optimieren, glaube ich, ist, dass, wenn, je mehr Hartz IV Bild TV man macht, desto intensiver oder desto größer ist die Masse, die einem potenziell darauf folgen kann. So, je hochwertiger der Content im Sinne von, hier ist ein geiler Workout-Plan, der sonst 200 Euro kostet, hier hast du einen für Umme, musst du halt morgen früh um neun anfangen zu trainieren. So, gibt es viel weniger. Aber, so, auf Social Media siehst du halt nur die Zahl der Leute, die dir folgen und die Interaktionsquote. Wenn du ein Fantreffen machst und guckst, du machst ein Fantreffen für den Hate-Kanal und ein Fantreffen für den konstruktiven Kanal, wird das Fantreffen des konstruktiven Kanal, auch wenn es potenziell viel kleiner ist, irgendwie das coolere Treffen sein, weil du coolere Leute anziehst. Und in dem Moment, wo du dich, glaube ich, optimierst auf so viele Leute wie möglich und jeder Follower counts, ist, glaube ich, da eher anzusetzen. Ich sage jetzt mal was, was mir sofort auffällt, weil jetzt wird es Leute geben, die das hören und sagen, Benni, um neun Uhr kannst du trainieren? Also, ich arbeite da. So, und dann würde ich denken, halt die Schnauze, dann trainierst du halt um neun Uhr abends. Oder? Um sechs Uhr morgens. Oder, also, so. Aber das ist genau das, was ich meine. Die wollen jetzt dir die Schuld geben, dass du um neun Uhr morgens trainieren kannst und die das nicht können. Und die können auch einfach überlegen, ja, okay, ich kann dann nicht trainieren, trainier ich zu anderen Uhrzeit. So, ganz simpel. Es ist viel einfacher, nicht zu trainieren und dir dann die Schuld zu geben. Das fuckt mich ab. Kurz zu deiner Sache, du hast da vollkommen recht. So denke ich aber nicht. Du hast ja die Menschen unterteilt in Leute, die RTL gucken und Hartz IV und Aziz, sage ich jetzt mal und voll die schlauen Leute, die deinen Podcast haben, sage ich jetzt mal. Ja, so sehe ich das nicht. Ich bin da, um möglichst viele Menschen zu inspirieren, gesünder zu sein. Das ist mein Ziel. Ich trenne mich, sind die cool, sind die uncool. Wenn ich jetzt ein Treffen machen würde oder ein Coaching-Dings oder so und wirklich ganz intensiv mit denen zusammenarbeite, dann will ich natürlich niemanden hören, haben, der die ganze Zeit sagt, ich kann das nicht machen wegen der Pharmaindustrie. Das natürlich schon. Aber meine Kanäle richten sich an alle. Das ist ganz lustig, wenn ich so mit Marketer zusammenarbeite, die sagen dann, ja, wie sind denn deine Personas? Was ist denn Persona? Keine Ahnung. Dann lachen die sich einen ab, dass ich halt deren Sprache nicht verstehe, aber Marketing vermutlich besser verstehe als die. Aber, sorry, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, ich habe keine Zielgruppe. Ich mache die Videos und ich glaube auch Marketing-mäßig, wenn da jemand zuhört, ihr braucht auch nicht immer eine Zielgruppe, wenn ihr Social Media macht. Bei Verkäufen ist das vielleicht anders. Der Algorithmus kann dann mit die Zielgruppe bestimmen. Das muss man nicht unbedingt vorher machen. Und meine Sachen rechnen sich halt an alle. Und ich unterscheide da nicht zwischen Geringverdienern, Ultrahochverdienern, was auch immer. Deswegen, Dankeschön, dass du sagst, ja, im Prinzip steckt da so ein bisschen hinter, du bist so Follower-geil, also ich sage jetzt nicht, was du gesagt hast, aber vom Prinzip her, du bist so Follower-geil, dir geht es nur um die Zahl und mach doch mal, mach doch lieber weniger und dafür qualitativ und dann ziehst du weniger Leute an. Das wäre aber an meinem Warum vorbei. Ich werde möglichst viele Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Einkommen und so weiter, davon überzeugen, dass ein Apfel geiler ist als ein Apfelkuchen, sagen wir es mal. So ganz simpel gesagt. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Kann ich kurz mal auf mein Handy gucken, weil vielleicht hat die mir ja geschrieben und wieder zum Dritten abgesagt. Ja, aber was hast du denn noch, was du besprechen möchtest? Hast du noch ein Thema? Über deinem. Mein Handy. Die Leute lieben das, wenn irgendwas passiert, du schneidest das ja eh nicht raus. Genau. Kannst du ja aufstehen, auf dein Handy gucken. Wir sind ja auch schon irgendwie zwei Stunden beieinander, sozusagen. Jetzt piept dein Handy. Das hört man aber nicht, keine Sorge. Das hört man. Aber in der Aufnahme hört man das nicht, sonst machen wir die Rücken. Okay, sie hat mir nicht geschrieben. Dann finde dein Sex-Podcast stattfinde. Ähm, ich schreibe mal. Ja, pass auf, dann lass uns doch zum Ende kommen, es sei denn, du hast noch ein ultra-heißes Thema hier im Gepäck. Boah, ich habe ja meistens über eher positive Sachen gesprochen. Ich kann ja nochmal, das höre ich auch. Aber man hört es danach nicht, keine Sorge. Okay. Ich glaube, mein Leben und meine Situation ist jetzt ein bisschen positiver und toller dargestellt, als sie eigentlich ist, glaube ich. Also ich bin jetzt, also glaube ich jetzt, wie du hast ja nochmal mich darauf hingewiesen, dass ich nochmal sage, dass ich auch viel arbeite und nicht nur den ganzen Tag pumpe und nichts mache. Ähm, ja. Nee, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nee, aber ich frage mich, was so schlimm daran wäre, wenn dein Leben besser dargestellt werden würde als es ist. Ah, dann kriegst du halt Hate von Leuten. Wir sind ja neidisch. Muss man, aber selbst wenn dein Leben nicht anstrengend wäre, wäre das so schlimm? Wenn du zu Hause sitzen würdest und sozusagen dein Geld zählen und Gewichte hochheben. Ich habe da einen ganz tollen Podcast selber gemacht, in meinem Podcast zum Thema Stress und dass die Leute unbewusst Stress haben wollen. an der Stelle, du hast ja jetzt auf YouTube schon 2000 Abonnenten, glaube ich. Ja, ein bisschen mehr. 3000? Zweieinhalb. Ja, sehr gut. Zieht euch mal meinen Podcast rein zum Thema Stress. Da werdet ihr wissen, warum ihr unbewusst eigentlich Stress haben wollt. Und es wäre, also es wäre in der Öffentlichkeit, wäre es absolut schlimm, würde ich sagen. Ich arbeite überhaupt nicht. Das wäre schrecklich. Es ist auch nicht so. Und ich bin da selber, das sage ich auch im Podcast, ich bin selber der Patient, der den Stress braucht. Wir können da ja über unsere Kinder treten. Habe ich ja lustigerweise bei RTL gemacht. Er hat gesagt. Ich bin mit zwei Geschwistern groß geworden und es ging immer darum, wem das am Schlechtesten geht. Ey, komm, das können wir doch kurz droppen. Ja, dropp das. Bisschen persönlich und da muss ich wirklich los. Ich glaube, vorletztes Jahr Weihnachten oder so hat unsere Mutter wollte so eine Weihnachtsrede halten und eigentlich sagen, wie toll wir alle sind. Und was sie aber gesagt hat, ist ja, ich wollte mal sagen, der Benni hat so einen großen Stress und ist in einer Situation und der Felix, bla 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 bla. Ich habe es da nicht mehr ausgehalten. Ich meinte, Mami, mein Leben ist ultra geil. So. Und sie hat das nicht verstanden, hat gesagt, ich wollte euch jetzt doch mal so ein bisschen Props geben, dass sie euch so anstrengt. Und ich dachte mir so, nee, im Englischen heißt es ja Pity Partys, die wir verantworten, diese Mitleids Partys, wo wir sagen, dir geht es so schlecht und dir geht es so schlecht. Das nennt sich in der Medizin sekundärer Krankheitsgewinn. Was du einen Vorteil dadurch hast, krank zu sein. Der primärer Krankheitsgewinn ist halt, du musst nicht arbeiten zum Beispiel oder musst du Klausul nicht schreiben, sekundärer ist, du kriegst Aufmerksamkeit. Terzera ist auch ganz spannend. Da geht es darum, was derjenige, der sich um den Kranken kümmert, für einen Gewinn hat. Und Quatera ist auch noch spannend, irgendwo nur in Kürze. Da geht es darum, dass du eine Krankheit hast und die dein Schicksal bestimmt, dass du vielleicht sogar ein Business daraus machst. Zum Beispiel eine Ex-Freunde von dir. An die habe ich auch gerade gedacht. Quatera Krankheitsgewinn aus dem Lehrbuch tatsächlich. Alles total wertfrei, haben wir alle, also jedenfalls die ersten drei haben wir alle irgendwo. Okay. Wenn man das in seiner Gänze über Stress hören möchte, wo kann man deinen neuen Podcast hören? Podimo ist leider bezahlt. Also ich glaube, die ersten zwei Monate. Du kriegst leider bezahlt. Du kriegst halt Geld, wenn man ihn hört. Oder? Ja, natürlich. Also guck mal, hast du das jetzt exposed? So ist, also ich. Nee, weil du sagst leider bezahlt. Kannst du sagen, ist bezahlt. Das ist ein guter Podcast. Bezahl dafür. Leider für die Leute, weil die sagen, boah, ich kaufe mir lieber drei Curry Kings, anstatt für einen Podcast 25 Cent zu bezahlen. Ja, aber ist ja nicht leider, sondern ist halt kostenlos. Ey, zum Glück bezahlt. Ey, Leute, zum Glück bezahlt. Ich habe es irgendwie hingekriegt, habe drei Jahre umsonst Podcast gemacht und jetzt habe ich für zwölf Wochen Sponsor für den Podcast gekriegt. Ich finde das ultra geil. Du hast vollkommen recht. Nicht leider, sondern mega geil. Und die ersten zwei Monate sind, glaube ich, kostenlos. Also sind jetzt bei diesem Angebot. Ich weiß nicht, wann du es veröffentlichst. Sind kostenlos. Und dann kostet, glaube ich, fünf Euro. Ich glaube, ich weiß es da ehrlicherweise nicht, aber ich glaube, ich kriege auch nur die Kohle, wenn die Leute länger bleiben. Ich weiß es wirklich nicht, aber Vertragsinterner verdienen sie irgendwie Geld damit. Ich verdiene damit auf jeden Fall Geld. Eine Todsünde. Ich verdiene damit auf jeden Fall Geld und ich finde das auch richtig geil, dass ich damit Geld verdiene. Das ist jetzt nichts, dass ich sage, ich muss aber die Mikrofone bezahlen. Die habe ich vor drei Jahren von meinem als Hobby gekauft. Ja, aber das ist ja genau diese Diskussion. Du darfst keine Pharma-Deals machen, weil dann bist du ja biased. Aber ich möchte den Podcast gerne für umsonst hören. und der Podcast muss gut vorbereitet sein und auf den Punkt kommen und alle Studieninhalte beinhalten. Ja, das geht natürlich nicht. Und zu sagen, ich möchte für eine gute Information bezahlen, das ist doch eine faire Proposition. Das ist das Problem der Öffentlich-Rechtlichen, weil die kritisieren das dann ja immer. Ich mache ja auch hin und wieder was mit Öffentlich-Rechtlichen. Die haben dann ein sehr hohes Ross, weil die kriegen ja dafür Geld. Also Modell 1, du machst als Hobby und baust Reichweite auf und machst so journalistische Tätigkeiten, kriegst kein Geld und irgendwann kriegst du dann Werbepartner. Modell 2, weil du kriegst öffentliche, rechtliche Gelder und kriegst Geld ab Tag 1. Deswegen wird es auch so von Öffentlich-Rechtlichen kritisiert, was ja teilweise stimmt und so. Nur das ist dann nicht umsonst und das ist das, was der Hörer oder der Zuschauer nicht versteht, weil der ist ja daran gewöhnt, dass du bei ARD, ZDF und jetzt auch bei YouTube, Instagram und TikTok hochqualitative, ganz toll technisch aufbereitete Sachen kriegst, die ja aber bezahlt werden von den 16 Euro GEZ-Gebühren oder noch mehr. Muss ja sogar für die GmbHs muss ich jetzt irgendwie GEZ zahlen, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber du, ich muss jetzt wirklich los, ich muss in einer Stunde zu Hause sein. Ja, Fiete, es hat mich sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Wir posten einen Link in die Description von deinem Podcast und natürlich von deinen Insta-Accounts und allen möglichen TikTok und Co. sehr cool. Lieber Fiete, wir sehen uns und viel Spaß beim Sextalk. Dankeschön.